So ihr Lieben, wir sind hier wieder auf einem Börben und heute bei mir ist die wunderbare Juliana Fabula und heute ist die 50. Folge, die 50. Folge auf einem Börben. Unfassbar, wir haben ja ganz schön viele tolle Gäste gehabt, viele coole Momente und sehr, 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 sehr coole Erfahrungen gemacht. Vorab schon mal Dankeschön für euch, vielen lieben Dank. So, aber jetzt, die liebe Juliana Fabula kenne ich übrigens über Honeyball und Kuttelzwerg, die beiden haben sich vorgeschlagen. So, deswegen schalte ich dich direkt hinzu und wir fangen an. Tada! Hallöchen! Hi, grüß dich! Wie geht's? Ja, gerade noch ganz gut, also mir ist ein bisschen heiß tatsächlich, aber ich bin froh, dass ich gerade keine Ekelbohne essen musste, sondern eine leckere Bohne. Ich hab's noch mitbekommen. Wie geht's dir denn? Ich hab's noch mitbekommen. Ja, mir geht's gut. Ich hab vorhin noch gegessen und im Grunde den ganzen Tag gearbeitet. War schön. Mhm. Und hab mich jetzt sehr, sehr auf den Talk hier gefreut. Hab noch ein bisschen Werbung gemacht auf Twitter und Co. Und, ähm, ja, bin gespannt, was mich jetzt gleich erwarten wird. Ich werde jetzt auf den Stream runterlegen und hab jetzt nur noch einen Discord einfach offen. Sehr, sehr vorbildlich, sehr löblich. Weil ich hab ja schon bekannte Namen im Chat gelesen, dadurch, dass ich ja schon vorab ein bisschen da war einfach. Ja. Und, ähm, ja, ich dachte mir, du hattest ja gemeint, es wär ganz gut, ähm, ne, wenn, wenn das einfach ein bisschen, äh, entspannt abläuft, ohne dass man immer auf den Chat eingeht. Von daher machen wir das auch so. Ja. Also es wird schon sehr spannend zwischen uns, das reicht schon, dann brauchen wir den Chat nicht noch dazu. Sehr gut. Sehr gut. Hast du was zu trinken mitgemacht? Ja. Dann stoß mal an. Also auf, oh, ich muss aufpassen, das ist ja voll, ich habe mich für Eiskaffee entschieden, letztendlich. Ah, cool. Jetzt, jetzt musst du das aber in die Mitte noch kriegen und anstoßen. Jetzt muss ich nur gucken, in welche Richtung in die. Ja, perfekt. Jawoll. Prost, das läuft ja wie geschmiert hier. Auf einen guten Talk. Warum steht da 10.6 drauf? Äh, das ist, ähm, das ist, äh, die Hutmachertasse aus Alice im Wunderland. Und das hat der halt auf seinem Hut stehen. Und weiß man, was, was es bedeutet? Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, vielleicht ist es eine Maßeinheit vom Hut, maybe. Vielleicht, vielleicht eine Nummer, die er sich merken wollte. Vielleicht wohnt ja der, der, der Hase, der immer zu spät ist, ähm, in der Hausnummer 10. 10.6 oder so, I don't know. Das kann alles sein, ne? Ich habe auch gedacht, vielleicht irgendwie sechs Teile davon, zehn Teile davon. Ich wette, es ist ein Rezept. Vielleicht ja, vielleicht wie man den Kuchen anschneidet. Das vergisst aber bestimmt auch so schusselig und chaotisch, wie, wie, wie der Charakter ist. Ja, auf jeden Fall nochmal. Schön, dass du da bist. Und wir starten ganz entspannt, nämlich mit einer Frage, die mich immer interessiert, ist immer, warum bist du hier? Warum machst du mit? Hm, warum bin ich hier? Du hast mich angeschrieben. Wär es? Ja, ob ich gerne hier wäre und, ähm, da habe ich gesagt, wäre ich sehr gerne, weil ich das Format, ähm, sehr mag. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen, weil wir ja schon mal zu dir geradet sind und, genau, da bin ich dir dann auch, äh, gefolgt und dann habe ich das immer mal wieder auf dem Firm gehabt. Vor allem, weil es halt dann auch in der Bubble, in der ich mich so ein bisschen bewege, geteilt wurde und so, dann denkt man sich so, oh, da schaue ich mal rein und dann habe ich das gesehen und fand das richtig cool und dachte so, ja, das ist cool, da mach ich auch mit. Ja, schauen wir mal, ob es so cool wird. Bestimmt, bestimmt, ich bin da guter Dinge. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Bubble, in welcher Bubble bist du denn unterwegs? Ähm, ja, in der Autoren-Bubble auf Twitch tatsächlich, also der schreibenden Zunft hier, ähm, die hat sich auf Twitch getraut vor knapp zwei Jahren, ähm, und, äh, hat sich da auch ein wenig etabliert, würde ich behaupten. Wir sind zwar noch klein und fein, aber es ist ganz kuschelig, ist schön. Ja, ja, schrecklich, irgendwie verfolgen mich momentan die ganzen Autorinnen, weiß auch nicht. Gut, kann man jetzt als schrecklich sehen? Ich finde es irgendwie schön. Nein, ich finde es natürlich auch ganz cool. Ich bin selber begeisterter Leser und deswegen, ähm, ist es für mich tatsächlich auch immer schwierig, weil ich immer schnell überzeugt bin von den Leuten und von den Büchern, dann muss ich mir alles kaufen und dann brauche ich aber Zeit. Ich finde das gut. Also, es wäre natürlich besser, wenn man die Zeit mitkaufen könnte, ich verstehe das absolut. Gut, ich, oder wenigstens, falls es doch die Möglichkeit von einem Zeitumkehrer, äh, gebe, also, ja, ich, ich wäre Käuferin der ersten Stunde, ich möchte das nur mal anmerken, also, falls das einer von euch erfinden möchte, ich wäre voll dabei, ne? Ähm, genau, also, das wäre schön. Ich habe jetzt einfach so, äh, gesagt, ich habe selber sehr wenig Zeit zum Lesen. Und ich sage einfach, das ist, das ist, das ist, das ist einfach für die Rente. Also, überleg mal, wie krass die Papier- und Druckpreise aktuell steigen. Das sind Wertanlagen, ich sag's dir. Ja, aber nicht nur Papier, ne? Das ist auch, äh, gleichzeitig kann man es auch, ähm, als Feuerholz nehmen. Gut, ja, maybe. Wenn man es gelesen hat, natürlich, nachdem man es durchgelesen hat. Wenn es vielleicht auch sehr schlecht war, maybe. Oder, oder das stimmt, schlechte Bücher werden dann, ähm, für den Winter benutzt. Genau, genau, das könnte man machen. Ich habe mal aus Büchern Schuhen, Schuhe gemacht. Für meine Lesung. Ja, siehste. Also, man kann alles aus Büchern machen. Ja, also, ich hoffe, keiner, keiner, äh, kein Autor oder Autorin kriegt das hier gerade mit, was ich gesagt habe. Es tut mir sehr leid. Habe ich nicht so gemeint. Also, ich bin Autorin, ich habe es mitbekommen. Nee. Nur fürs Protokoll. Verdammt. Schon zu spät. Vorbei. Wie möchtest du eigentlich am liebsten, ähm, genannt werden von mir? Oder vom Chat? Ähm, wenn du magst, einfach Lia. Ich, äh, hab, das, hab mich da schon so dran gewöhnt, dass die Leute mich eigentlich nur noch Lia nennen. Aber Juliana ist natürlich auch wohl okay. Ist es dein, äh, kompletter richtiger Name? Juliana, ja. Der Rest nicht. Also, Fabula ist ein Künstlername, ist mein Pseudonym. Ich habe einen anderen Namen, äh, in der Realität. Wobei ich meinen Künstlernamen ins, äh, auf den Personalausweis habe eintragen lassen. Das heißt, es ist ein eingetragener Künstlername und ich dürfte ihn auch auf, äh, Rechnungen, Postanschriften und sonstigen benutzen tatsächlich, ja. Okay, krass. Wie kann man sowas beantragen? Kann das jeder machen? Äh, jein. Okay. Also, äh, ich bin auf die, ich bin auf die Stadt gegangen und hab halt gesagt, ja, ich, äh, würde den Namen halt gerne eintragen lassen. Ähm, eben auch aus dem Grund für, äh, Impressum oder eben für Rechnungen oder wenn ich Post verschicke und so weiter. Mhm. Und dann musst du halt eine gewisse Relevanz, ähm, aufweisen, dass du unter diesem Namen auch irgendwie bekannt bist. Und ich konnte halt, ähm, also ich bin halt schon seit, ähm, lange, äh, in der Branche, also 2011, 2012. Mhm. Ähm, und ich hab halt damals auch schon einige Interviews geführt. Ich hab Kurzgeschichten veröffentlicht. Ich war bei, ähm, Verlagen mit Kurzgeschichten vertreten, in Anthologien. Ich hab mein eigenes Buch damals veröffentlicht und so weiter. Und, ähm, all das hab ich, ähm, vorgewiesen. Hab gesagt, ja, googlen Sie einfach den Namen. Die ersten drei Google-Seiten sind sowieso über mich. Und da haben Sie noch einen Interviewauszug und hier, da und dies. Und ich durfte auch schon eine Lesung machen. Ich hab das alles halt so vorgewiesen. Hab den einfach komplett erschlagen, den armen Typen mit so einer Mappe und hab gesagt, ja, das bin ich da. Nimm und gib mir meinen Namen, ey. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss das halt prüfen lassen, aber es sieht schon sehr gut aus. Und dann zwei Wochen später hab ich's dann genehmigt bekommen. Das war auch mal in der Zeit, da musste ich sowieso einen neuen Personalausweis beantragen. Das heißt, ich hab das gerade in einem Auffisch gemacht. Ja. Und dann wurde das eingetragen. Ja, gut zu wissen. Und seitdem, ja, gehört der Name schon durchaus auch offizieller mehr oder weniger zu mir, würde ich behaupten, so gesehen. Weil er steht ja auf einem Dokument. Ja. Na gut, ob zwei Jahre Twitch bei mir reichen, weiß ich nicht. Mal gucken. Jo, das muss man dann, muss man ausprobieren, ob das, ob das passt oder wie auch immer. Und wie man den Namen halt auch benutzen möchte, sag ich mal. Beim Pseudonym war's halt, also so als Künstlernamen recht einfach, sag ich mal. Also, in meinem Fall. Ich hatte aber auch einen echt netten, netten Sachbearbeiter. Der war voll nett. Alright. Wie bist du denn, äh, überhaupt zu Twitch gekommen? Und deinen eigenen Stream? Wie hat das Ganze angefangen? Bist du auch eine Corona-Streamerin? Hm, ja. Kann man so sagen, tatsächlich. Tatsächlich schaue ich Twitch schon seit 2018. Also, ich habe das konsumiert, sehr lange. Ja. Ich gucke auch sehr gerne Let's Plays. Ähm, habe dann irgendwann gesehen, boah, die streamen live. Ja, geil. Und dann habe ich das halt abends mir einfach mal so angemacht oder so. Morgens, wann auch immer halt so die Zeit gepasst hat. So. Dann fand ich das ganz cool und habe aber gedacht, ah, ne, ja. Zocken jetzt ist nicht so direkt vielleicht was für mich, ne? Also, ich war da noch so, also, ich zocke sehr viel tatsächlich, aber halt nicht on Cam so, ne? Mhm. Und dann kam, äh, Corona und, ähm, man hat sich halt mit anderen auch austauschen wollen und so weiter. Und ich habe dann auf Hasstagram, ähm, angefangen, Livestreams zu machen mit einer Freundin. Und Hasstagram sagt ziemlich die Beziehung zu Instagram und mir aus. Die ist nämlich nicht so gut. Also, Instagram so sehr. Und wir haben dann angefangen, Livestreams zu machen. Mhm. Und haben dann halt gesagt, ja, wir reden halt über so buchige Themen, so Buchtalks. Ähm, ja, wie mache ich glaubhafte Charaktere und, äh, motiviere mich zum Schreiben oder dies oder das. Und haben auch, äh, Coworkings schon auf Instagram tatsächlich gemacht. Also, so, ähm, ja, lasst uns jetzt mal zusammenarbeiten. Wir schreiben ja mal so einen kleinen. Auf Instagram? Ja, auf Instagram, ja. Okay. Interessant, ja. Ja. Und dann habe ich das so mit der, mit der Freundin halt gemacht gehabt. Und das war halt so 2000, äh, 2020 im März tatsächlich relativ am Anfang gewesen, so. Man wollte halt auch so ein bisschen die schlechte Stimmung, ähm, sag ich mal, auch ein bisschen ignorieren, dass halt alle zu Hause bleiben mussten und so weiter. Und, äh, da haben wir das halt so versucht. Und dann haben wir aber gemerkt, damals war das noch sehr blöd bei Instagram, dass ich, äh, dass man nur eine Stunde live sein durfte. Na, okay. Okay. Dann haben die dir nach einer Stunde einfach den Saft abgedreht. Konntest du dann wieder einen neuen Stream starten? Konntest du dann wieder einen neuen Stream starten? Ja, man konnte wieder einen neuen Stream starten, aber es war halt trotzdem blöd. Also, einfach rausgekickt zu werden, so, so, ja. Und dann habt ihr euch gedacht, jo, damit wir nicht mehr unterbrochen werden, starten wir mal das Ganze auf Twitch. Genau. Und dann habe ich mich mit Twitch auseinandergesetzt und habe gesagt, eigentlich, eigentlich wäre so ein Format auch echt cool auf Twitch. Und dann habe ich damit gestartet und habe dann auch rausgefunden, dass Isa da auch schon angefangen hat und auch noch eine andere Autorin da gerade gestartet hat. Da waren wir so die ersten drei, die da so über buchige Themen gequatscht haben. Und dann habe ich einfach allen erzählt, wie toll Twitch ist und wie viel Spaß man da haben kann und wie cool, dass der Austausch mit der Community ist und dass man ja auch da so lange quatschen kann im Gegensatz zu Instagram und so. Und, ähm, ja, dann habe ich da ganz viele missioniert schon, kann man bald so nennen. Wer war denn mit die andere Autorin noch, die angefangen hat? Äh, das war Laura Newman gewesen, aber die streamt aktuell nicht mehr. Achso, die streamt nicht mehr. Die streamt sehr sporadisch. Deswegen, ähm, ja, die hatte noch auch mit mir angefangen gehabt zusammen, ja. Okay, alles klar. Hm. Also sind dir wahrscheinlich in der Zeit die Streams für dich persönlich auch wichtig geworden, gehe ich von aus? Ja, sehr. Ich liebe das Streamen. Also der Witz an der Sache ist, muss man ja auch noch dazu sagen, Tasse Kameras. Okay, cool. Gute Kombi. Ja. Habe ich mir damals auch gedacht, ich so, ha, scheiße, ich hasse Kameras. Oh, geil. Geh mal doch auf Twitch live. Rund, rund um die Uhr vor Kamera, ja. Gute Idee von mir. Ja, gut, du hättest, du kennst ja auch mit Avatar streamen, ne? Ja, das wusste ich damals noch nicht. Achso, ja, gut, ja, ja. Bin ich ehrlich, da war ich noch nicht ganz so bewandert, was das angeht. Ähm, und, äh, das Ding war, ich hab halt mal 2016 war das, glaube ich, versucht YouTube zu starten. Und ich hab so 50 Takes gebraucht, um so zwei gerade Sätze hinzubekommen. Ja, gut. Hab dann gesagt, scheiße, Video ist nix für mich, gar kein Bock drauf. Aber es ist etwas, was man zumindest auch lernt, ne? Man wird, man wird, auch wenn man vielleicht am Anfang sagt, man kann's gar nicht, man wird schon besser mit der Zeit. Auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Ja, und dann hat mich Twitch einfach, äh, gefesselt und hab gesagt, geil, hier bleib ich. Ich, also, liebe Twitch jetzt, es ist eine meiner allerliebsten, äh, Plattformen im Grunde. Ähm, möchte, möchte es auch nicht mehr missen, ehrlich gesagt. Das ist schon immer sehr dramatisch, wenn ich Urlaub habe und mal nicht streame. Ja. Das ist auch ein ganz komisches Gefühl, weil es sehr in meinen Alltag einfach integriert wurde oder ist, sag ich jetzt mal. Und, ähm, ja, ohne Twitch wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich heute bin, bin ich ganz ehrlich. Also, es ist schon, es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil für mich. Okay. Jetzt haben wir ja drüber geredet, dass dir die Streams eben sehr wichtig geworden sind in der Zeit. Ähm, du machst Coworking, hab ich bei dir gesehen. Du machst aber auch Talks mit anderen Gästen. Genau. Gibt es noch etwas, was du machst? Meistens buchige Themen. Ähm, was ich noch mache, ja, ich mache relativ viel. Also, ähm, meistens sind es ja Buchtalks, die ich habe. Das heißt, irgendwas Buchrelevantes, sag ich mal, irgendwie, sei es jetzt, äh, Talks mit Lektoren oder Lektorinnen. Oder, äh, mit anderen Selbstständigen allgemein auch aus der Künstlerbranche, sowas. Ähm, da gibt's relativ viel. Ich hatte auch schon Verleger und Verlegerinnen bei mir. Und, ähm, ansonsten mache ich halt, äh, Coworking. Außerdem Live-Cover-Design, weil ich bin auch gelernte Mediengestalterin und habe nämlich mein Steckenpferd, äh, beim Cover-Design gefunden für Bücher. Wer hätte das denn gedacht? Ja, kommen wir später noch ausführlich drüber zu sprechen. Mhm. Und, ähm, dann, was mache ich noch? Buchsatz gibt's manchmal. Bisschen Gaming ab und an. Aber eher so sehr, ähm, Story-lastiges Gaming wie zum Beispiel, äh, Kena, falls ihr das was sagt? Ja, ja. Ah, das war so schön. Hab's noch nicht gespielt. Ich bin so oft gestorben. Ich hab's noch nicht gespielt. Okay, dann, äh, freu dich auf was. Es ist großartig. Ich wünschte, ich könnte es noch ein erstes Mal spielen. Mhm. So gut ist es. Okay. Aber das, äh, fasst zusammen, was du auf deinem Kanal machst? Genau. Das ist so das, was ich auf meinem Kanal, glaub ich, mache. Okay. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, du machst eben auch, oder lädst Gäste ein und, äh, quatscht mit denen gerade über, über Buchthemen. Was sind denn so ein, zwei Themen? Oder wie stellt man sich das vor? Das heißt, ihr sitzt da gemeinsam und, äh, worüber quatscht ihr dann? Also, der letzte Talk ging tatsächlich um das Thema Selbstständigkeit, äh, mit der lieben Sarah, die ich vorhin im Chat gelesen habe. Ja. Die ist nämlich auch selbstständig, ein großartiges Persönchen. War das der Talk, wo ihr rübergeradet seid? Äh, ja, nee, wobei, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, das kann, könnte gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall an dem Tag reingeguckt und da hattest du einen Gast da. Dann war das Sarah. Okay, gut. Ziemlich sicher. Und, ähm, ansonsten hatte ich auch schon, ähm, wie gesagt, Michu zum Beispiel da, das ist Michaela Harig, die ist, äh, Verlegerin, da hatten wir es zum Beispiel, ähm, um das Thema Kleinverlage. Ich hatte schon, ähm, Martina Raschke da von Tolino Media, wo wir es über den Distributor hatten, also Tolino Media selbst jetzt mal, was die so anbieten, was die Dienstleistungen sind, worauf man so im Self-Publishing achten muss. Ich hatte schon ganz viele Debütautoren und Autorinnen da, wo wir dann so über die Hürden und, äh, Stöcklein und Steinlein geredet haben, die einem so im Weg liegen für das Thema Self-Publishing auch. Okay. Ähm. Okay, also alle Themen rund um, rund um Bücher wirklich. Genau, genau. Ja. Okay. Hast du dabei feste Streaming-Zeiten oder streamst du eben, äh, je nach Zeit? Tatsächlich habe ich mich auf feste Streaming-Zeiten festgelegt. Die sind in den letzten zwei Jahren zwar zwei-, dreimal ein bisschen gewechselt, weil man halt auch, also der Alltag verändert sich teilweise auch wieder und, äh, manches funktioniert halt besser und manches schlechter und, ähm, ich habe jetzt, äh, den Montag und den Donnerstag immer, da streame ich immer montags um 11.30 Uhr Coworking und abends dann, äh, meistens Kunst oder D&D, ach ja, D&D mache ich aktuell noch, aber meistens nur Hosting, weil ich da bei, äh, bei jemand anderem zu Gast bin. Okay. Und, ähm, Donnerstags mache ich auch ab 16.30 Uhr Coworking und abends gibt's dann meistens Kunst oder Talks, aber meistens Kunst, ja. Okay. Aber es ist mal, äh, tatsächlich auch viel Wert, wenn man eben feste Zeiten hat, wenn man's hinbekommt. Ja. Ich bekomm es, äh, nicht so oft hin. Das ist okay. Ich bin spontan Streamer. Ich meine, da spielt mir auch die Selbstständigkeit rein, dass ich da so ein bisschen flexibler planen kann. Ja. Ja, bei mir sind Streams oft sehr flexibel. Gerade auch eben Talks. Ich weiß nicht, was bei dir ist mit den Talks, aber ich, äh, man muss sich halt immer auch danach richten, wie die Gäste eben Zeit haben und das ist schwierig, da einen Tag zu finden, weil wenn du manchmal sagst, boah, früher hab ich mal gesagt, Sonntagabend wär ganz gut, oder Samstagabend, aber da haben viele gesagt, ja mein Gott, das Wochenende, da, da stream ich nicht, da hab ich nichts mit zu tun, so, da muss man wieder auf einen anderen Tag ausweichen und und und. Ich hab montags und donnerstags ab 18 Uhr Zeit. Entweder die Gäste haben da auch Zeit. Wir suchen halt so lange einen Montag oder einen Donnerstag, bis wir beide dafür Zeit haben, tatsächlich. Also. Okay. Also ich bin da etwas entgegenkommender, du bist da sehr rigoros. Okay. Ich war früher entgegenkommender und dann war das immer sehr Gemauschel und die Leute waren dann auch gar nicht irgendwie da drauf vorbereitet, dass ich, ähm, Talks habe zum Beispiel und dann waren gar nicht so viele da beim Zuschauen, das fand ich ein bisschen schade. Ja. Und deswegen hab ich halt auch die Talks zu meinen festen Zeiten tatsächlich, ja. Ja, okay. Macht auch Sinn. Genau, ähm, ja, was motiviert dich denn überhaupt zu streamen, gerade auch das Coworking, beziehungsweise motiviert dich das Coworking oder, ähm, motivierst, motivierst du mit Coworking andere? Beides, das ist definitiv beides. Okay. Geben und Leben, ja. Okay. Also ich brauche mein Montags Coworking, um aus dem Bett zu kommen und auch, ähm, um wirklich, ähm, montags richtig motiviert zu starten. Mhm. Ich brauche das einfach, den Austausch mit der Community und den gegenseitigen Push so ein bisschen. Ich liebe das voll, das ist richtig genial. Aber, ähm, ich denke auch, dass ich andere dazu motiviere, eben ihre To-Dos anzugehen, wenn's auch mal eben sehr viel ist oder man nicht weiß, mit was man überhaupt anfangen soll oder eben nicht so motiviert ist, da klappt das immer ganz gut zusammen. Mhm. Okay. Gibt's denn was, was dich, äh, also das Gegenteil von motivieren, was dich irgendwie richtig nervt am Streamen? Technik-Probleme. Ja, okay. Wenn OWS meint, ich hab grad den Stream gestartet und fünf Minuten später stürzt das ab und sagt, okay, ich mach Feierabend, ciao. Okay, also technische Probleme, sagst du, ist das, was dir so am meisten auf die Nerven geht? Sehr, ja. Ja. Doch, sehr. Selbst am letzten Hate-Raid hatte ich richtig Spaß dran. Ein Hate-Raid? Ja. So was hast du bekommen? Von wem? Warum? Also, von wem muss ich gar nicht sagen, aber warum? Die haben die Buchbubble entdeckt und haben da die Runde gemacht. Kuddel hat's am selben Tag getroffen wie mich. Hä, aber sind das wirklich richtige Streamer, die das machen? Äh, nee. Nee, das sind kleine Kinder, die rumtrollen wollen, also die Ferienzeit hat angefangen und anscheinend ist das sehr bekannt, dass die da Bock haben, sich zu organisieren in irgendwelchen Telegram- oder WhatsApp-Gruppen und dann fallen die da halt in den Stream ein und tun halt ziemlichen Mist von sich geben, den man nicht möchte in seinem Stream, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich hab's nur mal ansatzweise mal so ein bisschen mitbekommen, aber selber erlebt noch nie. Sei froh, also es war jetzt bei mir zum Glück auch nicht so schlimm. Ich hab jetzt einen Panic-Button, nenn ich den, auf meinem Stream-Deck. Das ist so ein richtig roter Button, ja. Hab drei Stunden gebraucht, das einzurichten. Wenn ich den jetzt drücke, gehen zehn Aktionen gleichzeitig vonstatten. Also ich hab jetzt richtig viel Spaß, wenn so ein Ding kommt. Ich hoffe, es kommt bald wieder einer und ich hab so richtig lustige Sounds dafür aufgenommen. Ja, okay. Ich wollt grad sagen, was passiert denn, wenn du den Button drückst? Ja, es kommen dann so Sounds und es werden halt Aktionen durchgeführt und die Szene wird gewechselt, vieles wird ausgeblendet, Nachrichten werden gelöscht, Nutzer, die nicht Follower sind oder nicht Abonnent sind, dürfen halt nicht schreiben, lauter solche Sachen. Also es werden insgesamt zehn verschiedene Aktionen ausgelöst und vor allem der Sound. Der Sound war großartig, meine Community hat's sehr gefeiert. Okay. Ja gut, bin ich noch nie irgendwie Opfer von geworden, aber ich fände's glaube ich im ersten Moment auch irgendwie eher lustig, weiß auch nicht. Weiß ich nicht. Jeder geht da anders mit um, wie gehst du damit um? Jetzt gerade eben hast du gesagt, wahrscheinlich hast du gesagt Sound aus, die Leute können nicht schreiben, dadurch, dass sie keine Follower sind. Ja. Macht das was mit dir oder geht dir das, äh, aber da wäre das im Vergleich? Ähm, also beim letzten Mal hat's mich ein bisschen kalt erwischt, ich war gerade so voll im Deep-Fokus und dann kam da so ein Trolle halt rein. Ich dachte so, okay, na, husch das jetzt ein, ich bin gerade am Arbeiten so, ne? Ja. Und denk mir nur so, lösch, 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 lösch. Meine Mods, ich hab ja auch gesagt, also bei uns sitzt der Bannhammer sehr locker, also gerade bei sowas dann, da tue ich auch nicht lange rumdiskutieren. Ähm, da wird er direkt geschwungen. Also einmal Tor beempft. Ja. Und, äh, meine Mods sind da auch so ähnlich und wir haben das relativ so, also wir haben das super schnell im Griff gehabt, danach war es noch so ein bisschen so, oh, sowas nerviges, manchmal möchte ich das bitte schneller gelöst haben, weil, also, weil Kuddel hatte zum Beispiel das Problem, die hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, 1500, äh, Follow-Bots bekommen. Mhm. Das heißt, wenn du halt die Alerts nicht rechtzeitig ausschaltest, nervt das halt auch ziemlich vom Sound her und so. Ja. Ähm, wie gesagt, jetzt hab ich den Button, jetzt hab ich Spaß dran und meine Community wird dadurch nicht abgefuckt, also, ist voll nice. Ja, ich hab auch letztens, äh, ich war dabei, als Kuddel eben, äh, die ganzen Leute da bekommen hat, die Follower-Bots, äh, das ist ja schon was, was anderes, aber Raid, äh, Hate-Rates hab ich noch nie was von mitbekommen. So. Weil die Follower-Bots, die sind, ja, die sind nervig, aber dann klickst du einmal auf, machst die Sounds aus und danach sind die rausgelöscht, also alles easy. Ja, das ist easy, aber die Hate-Rates, das sind halt tatsächlich Accounts, die existieren, die ganz auch alle melden dann, ähm, und, äh, die, äh, die schreiben halt einfach sehr unangenehme Sachen in den Chat. Okay. Also wirklich unangenehm. Ja. So Mobbing-like-mäßig, so ein bisschen, aber ja. Ja. Okay. Aber du hast es gut verkraftet, ja? Ja, ich hab das sehr gut verkraftet. Ich hab dann halt nur drei Stunden meiner Arbeitszeit aufwenden müssen, ähm, um mir diesen Button einzurichten, aber jetzt ist es halt so, wenn ich den jetzt dann drücke, dann ist halt danach Ruhe, da muss gar niemand mehr sich um irgendwas kümmern, James macht das alles für mich. Okay, gut. Also, James ist mein Bot. Ja, hab ich mir gedacht, James der Butler. Der Butler. Gab's das nicht auf, auf, James, auf, auf, auf Knuddels gab's das? Auf Knuddels, oh, ja, oh, ja, stimmt, ja. Falls, falls du da mal damals unterwegs warst, da gab James den Butler. Mal, ja, mal war ich da unterwegs, ja. Die Jugend, hab ich gar nicht gefragt, ne? Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Äh, ja, äh, warte, 30. Ach, 30, ja, das ist ja, das ist ja noch die damals, wir haben mit Internet, wir sind ja mit aufgewachsen, Zeit. Genau, so sieht's auch aus, ja. Ja. Ähm, wenn man auf deinem Kanal ist, kann man Sternenstaub sammeln. Warum sammelt man Sternenstaub? Äh, hat ein bisschen was mit meinen Büchern tatsächlich zu tun, ähm, da geht's nämlich um Sternenmagie und Sternwesen und ich dachte halt, Sternenstaub, den kann man bestimmt gut so in der Flasche zusammen sammeln, so Pülberchen, düdü, 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 okay, klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber er glitzert und ich mag auch Glitzer und, ähm, deswegen Sternenstaub. Okay, wie, wie kommt denn da der Staub raus? Sind das, äh, zermalmende, äh, zermalende, kaputte, schöne, ehemalige schöne Sterne? Genau, ja. Echt? Die werden bei dir einfach kaputt gemacht? Okay. Ja, die werden einfach kaputt gemacht, zerschreddert, easy, easy. Okay, cool. Ja, das ist Lia und, äh, sie macht gerne schöne Sterne kaputt. Hm, kann ich. Was ist, ähm, die persönliche Autorenstunde? Ist etwas, was man bei dir einlösen kann auf dem Kanal? Genau. Was passiert da? Man kann bei mir sozusagen eine persönliche Autorenstunde buchen über die Kanalpunkte. Bin ja jetzt schon, wie gesagt, äh, über, hm, wölf Jahre in der Buchbranche aktiv, ähm, und hab viel gelernt, hab viel schon gemacht, viel gesehen, viel mitbekommen. Ähm, bin ja auch im dienstleisterischen Bereich darin tätig, sag ich mal, und die persönliche Autorenstunde ist einfach dafür da, dass, äh, wenn jetzt, ähm, jemand gerade frisch mit dabei ist und zum Beispiel auch, ähm, Fragen hat oder einfach eine Art kleines Coaching möchte für sein Buch, für sein Marketing, was auch immer einem da einfällt, für den Plot, wenn er Probleme hat, fürs Worldbuilding, wie auch immer. Mhm. Dann kann er die, äh, diese, äh, diese, diese Stunde bei mir buchen, sozusagen über die, über die Kanalpunkte und, ähm, ja, dann kriegt er eine Stunde mich zu löchern, in einem privaten Discord-Call zum Beispiel. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, demnächst natürlich mein eigenes Buch, äh, schreibe, dann kann ich mich bei dir melden. Genau, so kann man das machen. Ja, ich habe jetzt so viele, äh, Autorinnen, äh, kennengelernt und lerne auch weitere kennen demnächst. Äh, wahrscheinlich stecken die mich dann auch an, dann, dann muss ich auch irgendwas schreiben. Das kann gut möglich sein, so, 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 so geht's den meisten dann eigentlich, ja. Ja, okay. Ja, wenn ich was schreibe, wobei, das wäre lustig, ne, wenn, wenn, dann lassen wir den Chat entscheiden, was ich schreibe. Das habe ich auch schon gemacht. So ist ein Community-Projekt entstanden. Es war, oh Gott, es war so unangenehm. Ich hab mich einfach selbst getrollt. Ich hab, ich hab gesagt, ja, Leute, also wir plocken jetzt gemeinsam ein Buch, aber keiner, keiner bringt trollige Ideen, ja. Und mein erster Gesatz war so, was wäre eigentlich, wenn wir einen Hütchen spielenden Oktopus mit reinnehmen? Weißt du? Ja, okay, cool, ja. Kann man machen, der hat auch viele Arme. Mindestens acht. Dann war's vorbei. Jetzt, jetzt haben wir ganz viele komische Gestalten da drin. Es ist großartig. Ja, das ist... Aber auch sehr trollend. Ja, ich nehme meine Frage wieder zurück. Äh, ich frage nicht den Chat. Also, der Eilinger hat das auch gemacht und der muss ja eine Liebesszene mit irgendwelchen Zwergen, glaube ich, schreiben. Also, es ist schon ein bisschen gefährlich, das zu malen. Okay, cool. Solange es nicht noch jemand alles animieren muss und malen muss. Mhm. Na ja. Ja, stimmt. Okay. Wer schaut so deinen Kanal? Und, nee, ich frage anders. Ich frage wieder meine Lieblingsfrage, den Durchschnitt-Zuschauer. Wenn eine Person da sitzt, der den Durchschnitt von dir repräsentiert im Chat, wie sieht diese Person aus? Was hat die für Eigenschaften? Wie sieht die Person aus? Glitzerig. Okay, dein Chat glitzert, ja. Ein glitzerndes Sternwesen, was einfach... Nein, also, ich denke mal, hauptsächlich ist es bei mir schon eher die weibliche Zuschauerschaft, so zwischen 20 und 40 würde ich behaupten, irgendwas so. Aber ein sehr kreatives Menschlein auf jeden Fall, was bei mir zuschaut und sich für Bücher interessiert. Mhm. Okay. Gibt es Leute, die deinen Chat schauen? Weißt du das, die sich gar nicht für Bücher interessieren? Ich weiß nicht. Gibt es das? Vielleicht. Maybe. Könnte das sein. Vielleicht sind manche auch nur da, weil sie mich sympathisch finden oder ganz so abstruse Dinge wie mögen. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, ich könnte es mir gut vorstellen, aber frag sie mal. Muss ich mal machen vielleicht, ja. Frag, frag, wer im Chat mag keine Bücher. Mal gucken, ob der da antworten kann. Oder ob derjenige aus dem Chat gemobbt wird, dann das kann natürlich auch passieren. Nein, das würden meine Löwis nicht machen. Die sind zu flauschig für sowas. Okay, gut. Gut. Nicht, dass ich die Leute auf dumme Ideen bringe. So. Jetzt ist die Frage auch noch, was so demnächst alles bei dir auf dem Kanal ansteht. Hast du Pläne? Wohin mit deinem Kanal? Wo steht er in einem Jahr? Hm. Die war hoffentlich immer noch online. Ja? Das ist eine gute Voraussetzung. Ja, das fände ich auch eine gute Voraussetzung. Und ich hoffe einfach, dass das Löwenrodel wächst in dieser Zeit. Das wäre sehr schön. Was wäre denn dein Wunsch an Wachstum? Gott, keine Ahnung. Vielleicht einfach zum, sag ich mal, so zwei Jahre. Also, wenn das so Ende des Jahres, dass wir vielleicht die 2000 voll haben. Immer so den Tausender. Ich habe im ersten Jahr so den ersten Tausender, im zweiten Jahr dann den zweiten Tausender. Einfach so, finde ich, fände ich cool. Habe ich nicht. Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Ich muss kurz überlegen. Drei, drei, finde ich gut in Mathe. Ich glaube, 113 Löwis würden noch fehlen für den zweiten Tausender. Ja, guck mal. Das ist auf jeden Fall machbar bis zum Ende des Jahres. Definitiv. Das wäre wünschenswert. Ja, das schaffst du locker. Das machst du. Und ansonsten möchte ich einfach weiterhin kreativen Kram machen. Also, genau das, was ich jetzt auch mache. Vielleicht ein bisschen mehr mal auch zocken. Das wäre auch ganz cool. Aber ich spiele halt eher, wie gesagt, so Storygames oder halt auch Pokémon tatsächlich. Oh, wenn das neue Pokémon rauskommt. Ja, das wird so cool. Habe ich Spaß dabei, werde ich mich wieder verlaufen. Hat der Chat wieder Spaß. Aber ja, das ist immer sehr gut. Und ansonsten möchte ich es eigentlich so haben, wie es jetzt ist. Also, ich würde mir nichts anderes wünschen. Ich finde es sehr schön und flauschig. Okay. Also, keine Großprojekte in dem Sinne erstmal geplant. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe schon so viele Großprojekte eigentlich. Ich mache ja auch einmal im Jahr die Lesenächte. Das ist ein riesiges... Ja, guck mal. Erzähl doch mal darüber. Ja. Das habe ich vorhin komplett vergessen, weil es nur einmal im Jahr ist. Ja, wunderbar. Aber ich habe die Adventslesenächte sozusagen eingeführt. Und da habe ich dann die vier Adventssonntage, beziehungsweise, ne, die vier Adventssamstage, habe ich mir ganz viele Autoren und Autorinnen eingeladen. Ich glaube, acht Stück pro Abend. Mhm. Und habe mit denen dann immer so eine halbe Stunde Talk und Lesung gehabt. Also auch immer so ein kurzknackiges Interview plus eine kleine Lesung. Mhm. Und dann war der ganze Abend im Grunde damit gefüllt. Und ich habe das richtig, richtig pompös aufgezogen mit krassen Transitions und Vorhang auf und Vorhang zu und Theaterapplaus und hast du nicht gesehen. Das ist schon so eine richtig kleine Twitch-Show geworden, sage ich mal. Und weil ich eben auch anderen Autoren und Autorinnen auf meinem Kanal eine Bühne bieten wollte. Und halt denen auch Möglichkeiten bieten wollte, Live-Lesungen zu halten, auch wenn man nicht raus konnte. Gerade während Corona und sowas. Mhm. Schöne Idee, ja. Das hat super viel Spaß gemacht. Super aufwendig. Ja, klar. Ich meine, du kennst es so mit Gästetalks und alles. Ich kenne das auch gut mit Events. Genau. Den ist auch ein Charity-Event geplant im Oktober, Mitte Oktober, 15. Oktober. Ja, steckt viel Überlegung, viel Arbeit dahinter. Ja. Gerade was so Terminabsprachen angeht. Oh ja, da ist es dann, da ist es dann, uff, ja. Das ist dann, uff, anders kann ich es nicht nennen. Aber das macht auch sehr viel Spaß. Und das ist halt auch schon so ein großes Event, wo ich einfach hoffe, dass das weiterhin gut ankommt. Also die letzten beiden Jahre kam es großartig an. Und was mir noch eingefallen ist, was auch eher so ein eventlastiger Monat ist, ist der NaNoWriMo. Das ist der National Novel Writing Month im November. Und da gibt's fast nur Schreibstreams bei mir tatsächlich. Also da schreibe ich dann live on stream an meinen Büchern und Geschichten. Das heißt live, man kann auch sehen, was du gerade tippst? Bei manchen Büchern habe ich das gemacht schon, dass man wirklich mitlesen konnte. Und bei manchen Projekten habe ich es aber auch so mit diesem Filter, dass man so verschwommen sieht, dass man das nur so wie beim Eilinger teilweise oder auch bei Isar teilweise, dass man nur so verschwommen sieht, was getippt wird. Aber bei dem Community-Projekt, wo ja der Chat auch mitentschieden hat, was wir so schreiben, da habe ich live on screen geschrieben tatsächlich. Also einfach, dass man lesen konnte, was ich auch schreibe in dem Moment. Okay. Ja, das war auch cool. Und das findet immer im November statt. Das ist aber auch halt eher so ein Event-Stream-Bereich, sage ich jetzt mal so. Ja gut, aber es ist etwas, was auf jeden Fall auf deinem Kanal noch ansteht in nächster Zeit. Aber November ist da gar nicht mehr so lange hin. Genau. Die einen freut es, die anderen nicht so. Ja, ich freue mich aufs Schreiben, aufs Wetter vielleicht ein bisschen weniger. Ich würde sagen, also Herbst liebe ich, Winter ist eher dagegen so, meh. Hm. Ja. Genau. Okay, jetzt bist du ja noch, um das Thema noch abzuschließen, dein Stream im Team Schreibgeheimnis. Mhm. Wer hat dich dazu eingeladen? Wie bist du dazu gekommen? Das war tatsächlich sehr witzig. Ich war ja schon ein halbes Jahr, glaube ich, auf Twitch. Und da hat mich dann die liebe Tinka angeschrieben, Tinka-Bere. Und hat gemeint, du hast schon mitbekommen, Isar macht da so Dinge. Ich so, aha, was für Dinge? Und sie ist, ja, sie hat so Team Schreibgeheimnis gegründet für die Autoren-Bubble auf Twitch. Ich so, was? Ich bin auch Autorin. Sie so, ja, deswegen schreibe ich dich an. Und ich so, ach cool. Und dann hat sie mich eingeladen. Und ja, seitdem bin ich, bin ich sehr, sehr intens, Team Schreibgeheimnis. Ich liebe die Community da drin auch sehr. Und den Austausch mit den anderen. Und dass man halt dieses gemeinsame Hobby auch teilt mit dem Stream. Dadurch weiß auch immer jeder so ein bisschen, worüber man gerade redet. Oder wenn halt eine Bot-Attacke war, dass man so ein bisschen jammern kann. Oder andere Dinge, dass ich austauschen kann, Tipps geben kann. Sehr großartig. Okay. Ja, Team Schreibgeheimnis ist auch sehr gewachsen. Ich weiß gar nicht, wie viele aktuell drin sind. 50 Leute oder sowas im Schnitt? Äh, let me see. Ich bin ja im Mod da drin. Vielleicht sehe ich da was. Ja, ich meine irgendwie sowas mit 50, 60, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass es schon mehr sind. Muss man eigentlich schreiben können, um im Team Schreibgeheimnis zu sein? Also es sind 421 auf dem Discord-Server zumindest. Ja, auf dem Server. Aber Streamer meine ich selber. Ach so, ja, da sind es vielleicht ja so knappe 100. Echt? Doch so viele? 50 bis 100 würde ich schon sagen. Ja, also ich kenne ja allein schon 70 Autorenkanäle. Minimum. Wir sind viele. Man sieht uns nur noch nicht. Aber wir sind viele. Aber man muss nicht schreiben können, um da drin zu sein. Man kann auch was mit Schreiben zu tun haben. Ja, genau. Wir haben auch tatsächlich Illustratoren und Illustratorinnen mit drin. Oder eben welche, die nur Lektorate machen, ohne selbst zu schreiben. Also wenn man auch zum Beispiel Dienstleistungen oder dergleichen anbietet. Ja. Und die zum Buch passen, ja. Ja. Aber so Interview habt ihr da noch nicht drin? Äh, das weiß ich gar nicht. Alles gut. Wir gehen in den zweiten Part. Dankeschön für den ersten Part. Wir springen weiter. Sehr gerne. Ich muss mal meinen Ventilator gerade nochmal anmachen. Der ist ausgegangen. Finde ich frech von ihm. Yes. Turn on the ventilator. The fan. Läuft wieder. Gut. Also, zweiter Part. Wir haben ein Glas getrunken. Und jetzt sprechen wir über, ja, eben über das, was dich ausmacht. Deine Hobbys, deine Interessen. Gerade schon mehrmals erwähnt. Eben dein Beruf als Autorin und eben auch Mediendesignerin, Coverdesignerin. Ja. Du machst aber auch noch vieles mehr. Ein bisschen. Da können wir vielleicht später auch noch drüber reden. So nebenbei noch, ne? Einmal, ja. Fangen wir aber erstmal über dein Leben als Autorin an. Ist wahrscheinlich viel zu erzählen, aber wir versuchen es kompakt zu halten, weil wir auch gleich von dir noch eine Leseprobe im Anschluss hören von deinem Buch. Oder deinem ersten Buch, was du veröffentlicht hast. Mhm. Aber jetzt für mich erstmal generell mal die Frage natürlich, wie fing das alles an? Wie fing das an mit dem Schreiben? Woher kommt die Liebe zu den Büchern? Bist du so jemand, der von klein auf schon Bücher immer geliebt hat? Ja. Oder gab es so ein paar Bücher, die dich so richtig ins Lesen erst gebracht haben? Also, ich kann es nur von mir sagen, ich habe es zum Beispiel damals überhaupt nicht gern gelesen und dann gab es irgendwann so bestimmte Fantasy-Bücher, die ich gelesen habe. Dann hat es mich in den Bangen gezogen. Also, ich habe tatsächlich sehr früh, sehr früh, ja, ich hole Unterlagen raus, pass auf. Jetzt so meine Unterlagen, so habe ich damals mit Schreiben angefangen. Die Leseprobe. Ja, ja, pass auf. Du musst ein Stück rüber halten noch. Mit selbstgemalt im Kammer. Nicole und die Hand des Bösen. Ja, das habe ich damals geschrieben, ich weiß nicht in der wieviel Klasse, ich glaube, da war ich so elf oder so, zehn, zehn glaube ich war ich. Also, vierte, fünfte Klasse, ja. Ja, war so, war so richtig schön mit diesen, diesen komischen Heften. Ja, die coolen Schreibhefte. Die komischen Reihen und so. Ja. Ja, ja, super cool. Ähm, genau. Mit Keller und Dach. Die Geschichte hat ganze zweieinhalb Seiten und jeder liebt sie. Ich weiß nicht warum. Äh, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, dann haben wir hier eins ganz geil mit einem Tentalk-Sticker vorne drauf, finde ich hier immer noch großartig. Ähm, das ist aus der achten Klasse tatsächlich. Da habe ich, äh, ganz viel noch mit, äh, Füller und Tinte reingeschrieben. Ist auch schon richtig verblasst, aber es geht noch. Und, ähm, dann noch eins, äh, das ist auch sehr großartig. Mein, äh, das Märchenbuch der Klasse 5G. Ähm, da habe ich auch schon, äh, eine Kurzgeschichte zu Lars, dem Eisbär und, äh, Theo Tiger geschrieben. Okay, also du hast die Frage damit, glaube ich, beantwortet mit, äh, sehr früh. Sehr früh auf jeden Fall. Und Bücher, ich habe früher tatsächlich sehr viel, ähm, Detektivgeschichten gelesen. Ähm, hier so, ähm, drei Fragezeichen und, äh, andere Detektivsachen. Und auch, was habe ich noch gelesen, R.L. Steen, die, äh, Gänsehautbücher. Okay, sagen wir nichts. Würde ich heute auch nicht mal lesen. Ich glaube, ich hätte jetzt heute mehr Angst davor als damals. Okay. Also, wie gesagt, du hast mit 10 F Jahren schon angefangen. Deine Liebe zu Büchern über die Jahre wahrscheinlich entweder gleich geblieben oder sogar noch gestiegen. Ähm, was, was liest du denn aktuell persönlich gerne? Was sind so deine Genre? Jetzt sag nicht alles. Äh, nix. Wie, nix? Nee, ja, ich habe seit, ähm, wirklich, ich glaube, seit vier Jahren oder länger nichts mehr gelesen. Was? Shame. Ich habe, ich habe gesagt, ich sammle die, also, es ist meine Rente. Kann mir doch meine Rente nicht weglesen, das geht ja nicht. Also, ich kaufe pro Jahr circa 50 bis 100 Bücher. Okay. Aber ich lese sie legit nicht. Ich will nur meine, ich will nur meine, meine, meine Homies hier einfach alle unterstützen und supporten. Das heißt, ich kaufe einfach alle Bücher von denen, das ist voll nett von mir. Ähm. Aber ich lese aktuell tatsächlich nichts. Ich habe früher sehr viel Fantasy gelesen. Als Jugendliche vor allem High Fantasy. Davon bin ich komplett abgekommen. Ich weiß nicht warum, aber es ist nicht mehr ganz so meins. Ähm. Ich lese da auch einfach mal gerne so einen Slice-of-Life-Roman. Also, einfach so was bisschen Ruhigeres, vielleicht bisschen lustig, bisschen traurig. Ähm. Ja, das ist, das ist jetzt das, wenn ich mal lese, dann eher so was. Okay. Wenn du mal liest. Ich hoffe oder wünsche dir, dass du in den nächsten vier Jahren dann doch mal auch wieder vielleicht was lesen wirst. Hoffe ich auch. Ich habe es mit Hörbüchern zwischenzeitlich versucht. Das hat ein bisschen geklappt. Mhm. Sonst hätte ich noch weniger gelesen. Ja. Ähm. Ähm, aber ich habe da auch so leider, leider so ein unfürmes Problem. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das so gut überwinden werde. Mal gucken. Was? Möchtest du drüber reden über das Problem? Ähm, ich habe, also weiß ich jetzt nicht, es wird wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich versuche es kurz zu halten, aber ich habe tatsächlich eine Leseblockade durch eine damalige Rezension bekommen. Und diese Leseblockade zu überwinden, obwohl mein Kopf eigentlich weiß, dass es Quatsch ist. Also so meine Logik hat schon längst mit dem Thema abgeschlossen, aber so meine emotionale Seite so noch gar nicht damit. Und, ähm, das verfolgt mich jetzt seit, äh, elf Jahren. Was ist denn, also habe ich noch nie, also jeder kennt eine Schreibblockade, aber ich habe tatsächlich noch nie von einer Leseblockade gehört. Ja, das Problem war, ich habe damals was veröffentlicht und mir wurde Plagiat vorgeworfen. Und Plagiat ist ja was ganz Teuflisches, darüber haben wir auch, äh, einen Talk mit Isa gehabt. Mhm. Ähm, Plagiat ist, wenn du sozusagen eine Geschichte kopierst und die relativ eins zu eins ist, ähm, und, äh, dir die Charaktere, Inhalte, alles davon im Grunde klaust. Ja, das ist halt wirklich, also es ist eine eins zu eins Kopie, wo vielleicht nur, keine Ahnung, anstatt Tom heißt er halt Hans und anstatt Lisa heißt sie Anna oder so. Okay. Das ist halt irgendwie ähnlich, ne? Nur um das mal ganz kurz zu erläutern und mir wurde Plagiat vorgeworfen, weil ich eine, eine einzige Stelle in diesem Buch angeblich, ähm, klaut hätte in der Geschichte. Und zwar war das die Beschreibung von einem Nephilim. Ein Nephilim ist ja ein Nachkomme von Engel und Mensch. Mhm. Und, ähm, diese Beschreibung hab ich halt ein bisschen detaillierter erklärt, weil das halt der Protagonistin erklärt würde von ihrem Mentor sozusagen, der eine Katze war, aber trotzdem. Und, ähm, das hab ich halt erklärt und mir wurde vorgeworfen, ich hätte das eins zu eins geklaut aus einem englischen Roman, der nie übersetzt wurde. Mein Englisch ist das grottigste, das man kennen kann. Ähm, vermutlich hab ich auch deswegen immer noch die Barriere, dass ich mit Englisch nix anfangen wollen möchte, weil das auch noch ein bisschen nachhängt, tatsächlich. Ähm, weil ich ein sehr rechtschaffender Mensch bin und mich hat das damals einfach sehr verletzt, dass mir sowas vorgeworfen wird. Ja, verstehe. Ähm, obwohl ich verstehe, dass das kein Plagiat ist, was ich gemacht habe und mir das auch sehr bewusst ist. Und seit diesem Punkt hab ich mir schwer getan mit dem Lesen und hab nicht mehr auch so viel in meinem Fantasy-Genre gelesen, weil ich jedes Mal Angst hatte, wenn jemand meine Bücher liest, das hatte ich ja von da und da geklaut. Ah, okay, das heißt du als... Und das hängt übelst nach. Du möchtest quasi damit, äh, präventiv, äh, dagegen steuern, dass du aus deiner Fantasie heraus, aus deinem Verstand heraus irgendwas Ähnliches schreibst, was du schon mal gelesen hast. Genau, beziehungsweise, dass mir das vorgeworfen werden könnte, weil man kann im Grunde das Rad nicht neu erfinden. Ja, aber natürlich nicht, aber das kann dir auch, kann dir immer vorgeworfen werden, egal ob du liest oder nicht. Genau, das kann mir immer vorgeworfen werden und ich kann auch jedes Mal beteuern, na, ich kenn das aber nicht, ich hab davon noch nie gehört. Ja. Und trotzdem können's ja auch von meiner Seite aus gelogen sein, was es aber nicht ist und, ähm, also obwohl das alles so logisch erklärbar ist und ich das auch nachvollziehen kann und ich das auch irgendwie verstehe, emotional hab ich damit einfach nicht abgeschlossen. Und es ist immer noch sehr intensiv einfach in mir verankert, ähm, dieser Vorwurf, weshalb ich mich da einfach wahnsinnig schwer tue, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben, aber ich mein, fehlt es dir nicht auch zu lesen an sich? Ja. Doch. Schon sehr. Okay, das heißt, ähm. War immer sehr schön. Also ich hab das Lesen sehr geliebt und sehr genossen. Ja. Ich hab, ich hab in den Sommerferien damals in sechs Wochen hab ich 30 Bücher ausgelehnt. Ich war in drei Büchereien angemeldet. Ja, ich hab, ich hab so immens viel gelesen, das war schon nicht mehr gesund eigentlich. Ähm, aber ich hab, also ich hab wirklich wahnsinnig viel gelesen und, ähm, mir fehlt's oftmals auch. Ich hab mich jetzt eher so auf Mangas, äh, konzentriert, sag ich jetzt mal, so Romance-Mangas, da ist auch nicht so Fantasy-Anteil drin. Ähm, das kann man auch mal schön so zwischen reinschieben. Aber ich hab mich von Büchern eher, äh, aktuell entfernt zumindest. Aber ich will wieder zurückkommen. Ich wollte gerade sagen, um das zusammenzufassen, du liebst Bücher. Mhm. Du würdest gerne wieder Bücher lesen. Mhm. Liebst vor allen Dingen auch, äh, eben auch Fantasy, aber du tust es nicht. Genau. Was, was ist denn, was ist, wir sind jetzt gerade voll im Detalker, das finde ich gut, aber was ist denn, äh, was blockiert dich denn so krass? Also was, was ist es denn letztendlich? Ist es eine Angst? Dieser Satz, dieser Satz, ja. Dass mir wieder vorgeworfen wird, du hast das plagiiert, weil ich Plagiate absolut verteufel, weil ich es furchtbar finde, weil ich Plagiate schon zu Genüge mitbekommen habe in den letzten zehn Jahren. Und, ähm, im Nachhinein haben diese schreibenden Menschen, ich möchte hier nicht mal Autoren schimpfen, Alter, ähm, diese schreibenden Menschen haben am Ende sogar noch Verlagsverträge bekommen und dergleichen. Und das finde ich einfach ungerecht gegenüber denen, die sich wirklich was Eigenes ausdenken und, ähm, Inspiration ist völlig in Ordnung und, ähm, wenn du von etwas inspiriert bist, kannst du im Grunde nie im Leben eins zu eins das Gleiche schreiben. Weil selbst wenn ich, äh, jeder Person hier im Chat jetzt eine Schreibaufgabe geben würde, schreib was, keine Ahnung, mit Feen und, ähm, Bergen und, keine Ahnung, jeder würde aus der Idee was ganz Eigenes machen, auch wenn die Grundidee die gleiche ist. Also man würde nicht eins zu eins das Gleiche finden. Und das ist mir auch alles bewusst und ich kann das auch jedem so erklären, aber mich selbst innerlich, ähm, blockiert das immens, dass mir das wieder jemand vorwerfen könnte, weil das mir halt in diesen jungen Jahren, ich meine, das war wie gesagt vor zehn, elf Jahren, da war ich halt Anfang zwanzig, vorgeworfen wurde und ich konnte damals sehr schlecht damit umgehen, einfach. Also weil das so diese Ungerechtigkeit war, mit der ich, die ich nicht mag. Ich mag keine Ungerechtigkeit gegenüber Dingen, die ich nicht mag. Aber jetzt mal kurz dazwischen gefragt, äh, wenn es eben dein Ziel ist und du es eigentlich auch machen willst, kann man das nicht irgendwie therapieren? Hm, ja, das wäre halt die Sache, aber ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, ich habe die Relevanz dafür noch nicht so hoch eingestuft, dass ich das als therapierbar sehe, weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich, der Leidensdruck ist halt in dem Sinne nicht da oder nicht so krass. Dann ist oft immer das, wo die Betroffenen sagen, ja, jetzt sollte ich mal was tun halt, ne, aber, aber deine Liebe zu den Büchern, das ist so, ja. Ja, schon wieder, also ich habe mir schon wieder ein neues Buch gekauft und das reizt mich aktuell sehr, das heißt eher Awoken, das ist so ein bisschen Avatar Herr der Elemente angelehnt. Ja. Und ich hätte auch richtig Bock drauf, das zu lesen, mal gucken, ob ich es lese, aber ich hätte Bock. Ja, mach mal. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt, weil das ist ja nur, wenn du es einmal gemacht hast, dann ist auch die Barriere weg. Das ist immer dieses, das erste Mal doch, wenn du es das gemacht hast, wenn du das geschafft hast, hinter dich gemacht hast. Ja, ich habe 2018 ein Buch gelesen. War eins meiner liebsten Bücher seither. Ja, siehst du. Das ist für mich ein Highlight gewesen. Ja. Das hieß, äh, draußen, äh, nee, offline ist es nass, wenn es regnet. Ich liebe diesen Satz. Allein der Titel ist schon geil. Ja. Und das Cover hat geglitzert. Oh, es hat geglitzert. Das war so schön. So ein schönes Cover. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr die Akönern wollt, Glitzer. Ja. Okay. So, aber dann kommen wir nochmal zurück, äh, eben auf deine, deine Arbeit als Autorin. Äh, ja, stimmt. Da waren wir eigentlich geblieben. Beast Souls war dein erstes Buch, hast du gesagt, was du, äh, veröffentlicht hast? Jai! Jai? Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich, muss ich ehrlich sein? Ich muss ehrlich sein, oder? Ja. Ich muss schon irgendwie ehrlich sein. Ähm, nein, warte. Ich kann es da auch irgendwie, ich kann es bestimmt auch aus, dieses Schundstück. Äh, Masterpiece meine ich natürlich. Genau, jetzt kommt, das Buch habe ich in der 13. geschrieben, äh, als ich 13 war geschrieben. Äh, nein, das habe ich mit, äh, 17, 18 tatsächlich geschrieben, als ich sechs Wochen lang im Rollstuhl saß. Okay. Nee, eigentlich saß ich sechs Monate im Rollstuhl, aber, äh, in sechs Wochen habe ich das Buch in dieser Zeit geschrieben, so rum. Wie heißt das? Ich sehe es nicht genau, äh, Schattenlich. Äh, Skaz Solas, ähm, Schattenlich, das habe ich damals, äh, geschrieben. Das, äh, Cover hat damals auch eine befreundete Autorin, äh, beziehungsweise Coverdesignerin für mich gemacht. Das war 2011. Das ist eine Katastrophe. Ich habe es schon mal im Stream vorgelesen. Wir haben uns sehr amüsiert. Ähm. Es ist furchtbar. Es ist in allem furchtbar. Der Buchsatz ist furchtbar. Die Geschichte ist furchtbar. Das ist, alles ist furchtbar. Das ist, das ist auch Gott sei Dank das letzte Exemplar. Ich habe das aus dem Internet rausgenommen. Bevor Beastsoul erschienen ist, habe ich gesagt, das muss weg, bevor das andere kommt. Sonst denken die, das wäre gut. Aber das ist nicht gut. Also, die damalige Zeit, wo Self-Publishing begonnen hat, das war ja, wie gesagt, so 2010, 11 rum, ähm, war es okay. Ja, wir sagen einfach, Beastsouls ist dein erstes richtiges Buch, was du eben veröffentlicht hast. Ja, es ist auch dick. Also von daher, das war tatsächlich als deklariert, als Novelle, wenn du es genau nimmst. Das ist eine Novelle. Das heißt, das andere ist tatsächlich der erste richtige Roman von der Länge her auch. Gut, dein erstes richtig dickes Buch. Was ist das für ein Genre? Wann ist es erschienen und worum geht's? Das ist mein dickes Ding. Das ist dein dickes Ding? Hallo dickes Ding. Das ist, ähm, Urban Fantasy und, ähm, es geht, ähm, pass auf, es geht im Grunde darum, wie pitche ich das am besten? Ich pitche das eigentlich immer mit, mit gewissen Fandoms, die man auch kennt, damit man was anfangen kann. Es geht um eine entfernte Adaption von die Schöne und das Biest tatsächlich. Mit einer Mischung, ähm, Avatar, Herr der Elemente, Fairytale, Digimon und, äh, Zauberschule. Digimon. Ich liebe Digimon. Ich auch. Es gibt auch Beast-Tamer, sozusagen. Also daher ist das so ein bisschen an Digimon auch angelehnt. Die haben alle so einen Partner, ja, und, ähm, solche Sternwesen, ähm, und, äh, das sind ihre Partner. Und dann gibt's eben die, die Sternen, Sternen auserwählten, äh, Beast-Tamer, die Tamer und Tamerinnen. Und, ähm, ja, ich hab so eine entfernte Adaption von die Schöne und das Biest eingeflochten, weil das einfach mein liebstes Märchen ist. Und damals, wo ich das auch, äh, geschrieben habe, das hab ich nämlich 2015 angefangen, das Projekt, ähm, waren auch Märchenadaptionen ganz hoch im Kurs. Genau. Und, äh, so kam dann eins zum anderen. Ich hab dann 2015 angefangen zu schreiben und so eines Nachts dachte ich mir so, äh, der Geschichte fehlt der Kick. Irgendwas muss ich verändern. Irgendwas muss ich tun. Und um zwei Uhr nachts spring ich aus dem Bett. Muss am nächsten Tag arbeiten. War nicht so gut. Aber ich musste aus diesem Bett, weil es hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann hab ich einfach zwei, äh, Ideen miteinander kombiniert, die ich zu einzelnen Projekten eigentlich geplant hatte. Und hab gesagt, so, das ist jetzt die Idee. Und dann um drei Uhr nachts bin ich ins Bett gegangen. Und war am nächsten Morgen sehr müde. Ähm, aber ja, daraus ist, äh, Beast-Tamer, tatsächlich entstanden. Mitten in der Nacht, was zu so einer Sternenmagischen Geschichte doch auch ganz gut passt. Okay, cool. Was, äh, ja, was würdest du denn sagen, was waren denn so die größten Hürden eben, äh, zur Veröffentlichung deines ersten Buches? Das hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert. Alles. Ja. Legit alles. Also das Schreiben war, hat sehr lange gedauert. Wobei, nee, das Schreiben nie. Ich glaube, ich hab das in einem Jahr runtergeschrieben, die Rohfassung. Ähm, neben meiner Ausbildung damals. Ich hab damals die Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht und war halt auch in der Berufsschule und so Kram. Muss man ja auch ruhen und so. Ähm, genau. Und nebenbei hab ich dann, äh, Beast-Tamer dann geschrieben. Und geplottet. Und das Schlimmste war für mich die Überarbeitung. Weil, es war sehr viel. Es war mein Debütroman. Ich hab sehr viel zu lernen gehabt. Und es waren sehr viele Anmerkungen tatsächlich auch drin. Ich hab immer das Mantra gehabt, es macht dein Buch nur besser. Es macht dein Buch nur besser. Ich hasse, ich hasse die Anmerkung Gedanken und Gefühle. Die war nämlich dort sehr oft drin. Irgendwann hat meine Lektorin sie nur noch mit GG abgekürzt. Hasse es sehr. Und, äh, eine meiner ersten persönlichen Schreibregeln, äh, lautet auch, Gedanken und Gefühle stopft das ganze Scheißmanuskript voll damit. Hintel steht bei mir auf meinem Trello-Board für meine Schreibregeln. Geil. Weil, streichen kannst du die immer noch, aber nachträglich ergänzen. Schwierig, sag ich dir. Schwierig. Und, ähm, das hat tatsächlich am längsten gedauert, weil halt auch die Ausbildung einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet hat. Ich hab einen 40-Stunden-Job im Grunde gehabt. Ähm, hatte anderthalb Stunden Autofahrt pro Tag, weil meine Ausbildungsstätte 40 Kilometer einfach von mir weg war. Mhm. Und, ähm, musste zweimal in der Woche in die Berufsschule, die 100 Kilometer einfach weg waren. Und dann halt dafür auch noch lernen. Und ich bin ein kleiner Streber und wollte sie immer gute Noten haben. Äh, und dann hat man auch noch Projekte gemacht und so ein Kram, für die man auch gute Noten haben wollte. Und dann, äh, hat das sehr viel Zeit gefressen und dadurch hat die Überarbeitung fast, äh, zwei Jahre gedauert. Okay. Ist es denn beim ersten Buch am schwierigsten? Wird es danach irgendwann leichter? Bin unentschlossen. Also, ja, jein, es wird ein bisschen leichter. Man lernt halt super viel dazu. Mhm. Und dadurch macht man viele anfänglichen Fehler nicht mehr, aber man macht legit neue. Okay. Also, man macht einfach neue. Das ist so traurig, aber es ist leider so. Und, ähm, aber man trägt das irgendwann mit mehr Fassung. Man trägt es einfach mit mehr Fassung und dann wird es auch besser. Und allgemein wird dann der Prozess auch ein bisschen routinierter, sag ich mal. Und man weiß eher, wie man seine Zeiten einschätzen kann und wie lange man vielleicht auch für gewisse Dinge braucht. Also doch, das, das wird schon besser. Ich möchte euch jetzt nicht alle Hoffnung bringen. Okay. Du hast das Buch auch im Self-Publishing veröffentlicht, ne? Genau. Ja. Warum? Ich habe mich tatsächlich aktiv für Self-Publishing entschieden. Es war damals, wie auch heute, immer noch ein bisschen, aber es wird damit besser aufgeräumt mit dem Klischee. Es war damals sehr verschrien irgendwann eine Zeit lang, weil es dann gehießen hat, nur noch, ja, nur schlechte Bücher, die nicht beim Verlag unterkommen, gehen in Self-Publishing. War bei mir nicht so der Fall. Bei mir war das der Fall. Weil ich wusste aus sehr vielen Bekanntenkreisen, was Kleinverlage für einen tun. Und ich wusste, was Großverlage für einen tun. Also Publikumsverlage. Und dann dachte ich mir so, das bringt mir legit alles nichts. Also außer die Kostenübernahme. Weil gute Verlage übernehmen halt die Kosten. Wenn jemand von euch was preislich möchte für die Buchveröffentlichung, nehmt die Beine in die Hand und lauft. Weil das sind sogenannte Druckkostenzuschussverlage und mit denen möchte keiner zusammenarbeiten. Die sind böse. Geht. Nimmt Kruzifix und Weihwasser und verschwindet. Was macht die so böse? Die beuten einen aus. Die haben keinerlei Reichweite und sagen zu dir, ja, wir veröffentlichen aber dein Buch, bla bla. Und wollen dann von dir 5000 Euro für die erste Auflage, die du, und dann kriegst du schlechtes Cover, schlechte Qualität, kaum Lektorat. Und die verdienen sich eine goldene Nase an dir. Das sind die, das sind die richtig schwarzen Schafe in der Buchbranche. Genau. Und, ähm, bei mir war es halt so, Kleinverlage hatten ungefähr die gleiche Reichweite wie ich. Ähm, ja, bis auf die Kostenübernahme hätte mir das also im Grunde nicht sehr viel gebracht, sag ich mal. Und meine Autorenmarge wäre sehr viel geringer ausgefallen als im Self-Publishing. Weshalb ich mich dann auch dafür entschieden habe. Und bei Großverlagen ist es einfach so, wenn du nicht fitzerkommst, dann machen die auch sehr wenig Werbung für dich. Die machen dann nur einmal Werbung für dich, wenn du gerade veröffentlichst. Und wenn du dann vielleicht dein aufgehender Stern bist, maybe. Ansonsten eher wenig. Und, ähm, das heißt, du bist bei Großverlagen auch eher so eine Art Sternschnuppe. Das ist dann bei Kleinverlagen schon wieder besser. Aber die haben halt nicht so viel Reichweite wie der Großverlag. Und bei Großverlagen bist du eher so die Sternschnuppe. Du wirst kurz gezeigt und dann verglühst du am Bücherhimmel sozusagen. Das ist ein bisschen sad. Und die Autorenmarge liegt halt meistens auch so zwischen 5 und 8 Prozent, was sehr wenig ist. Und deswegen war ich damals einfach so der Meinung, nö, mit meinem Herzensprojekt und meinem Erstling möchte ich einfach volle Entscheidungsgewalt haben und alles selbst machen. Also ich möchte alle Rechte dafür haben, dass ich auch alles machen kann. Ich darf zum Beispiel auch Lesungen auf Twitch machen. Ich darf Rezensionsexemplare rausgeben, wie ich möchte. Ich kann Merch zu meinen Büchern machen, wie ich möchte. Und ich muss nichts, aber auch gar nichts davon mit dem Verlag abstimmen, was alle anderen müssen. Okay. Das ist so der Punkt, warum ich mich sehr aktiv für Self-Publishing entschieden habe. Ja, auch nachvollziehbar. Absolut. Ja. Okay. Jetzt haben wir kurz über dein Buch eben gesprochen, worum es geht. Möchtest du vorher noch die Frage beantworten, welche Bücher du noch so geschrieben hast, beziehungsweise was geplant ist, oder erst nach dem Lesen? Können wir doch nach dem Lesen, glaube ich, machen, oder? Ja, wie du magst. Alles gut, finde ich. Ja. Okay, dann hören wir jetzt von dir. Äh, Beast Soul. Den Anfang. Den Anfang direkt? Ja, direkt den Anfang, weil ich den ganz gut finde und auch schön finde, um in die Stimmung so ein bisschen reinzukommen. Okay, ich gucke mal eben, ähm, da haben wir das Cover. Guck mal, da bin ich weggeblendet. Mhm. Sehr, äh, sehr schade, dass ich jetzt dich nicht mehr als Gesprächspartner habe, aber es ist schön, mein Cover da zu sehen. Ja, guck mal, äh, jetzt haben wir dein Cover und deine Stimme dazu. Genau. Ich mute mich da mal kurz einen Moment, damit ich nicht irgendwie, äh, reinknarze oder irgendwas, wenn mein Stuhl sich hier bewegt. Mhm. The stage is yours. Wir hören jetzt, ihr liebe Lia, mit, ja, mit einem Part aus Beast Soul. Genau. Sternenlicht. Prolog Universumslegenden. In den Sternen stand es geschrieben, leuchtend am dunklen Firmament, eine Geschichte, wie man sie nur aus Märchen kennt. Worte, die von zauberhaften Wesen und Magie erzählen, Legenden über Helden aus strahlendem Licht und Wesen, deren Finsternis die Welt in Schatten versinken ließ. Jeder Stern am Firmament stand für einen funkelnden Moment in der Geschichte und gemeinsam ergaben sie das Universum, das es nun zu entdecken gab. Doch wo Licht war, war auch Dunkelheit, denn das eine konnte ohne das andere nicht bestehen. So schickte der Sternenkönig, Herrscher über die Galaxien, seinen hellsten und mächtigsten Stern zur Erde, um den Menschen dort einen Funken Hoffnung zu bringen. Dieser Stern sollte ihnen die Flamme des Mutes schenken, damit sie niemals aufgaben, gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Ein Licht, welches sie leiten und ihnen den Weg zeigen würde, wenn sie diesen aus den Augen verloren hatten. Dieser Stern kämpfte gemeinsam mit den Menschen gegen die Finsternis, damit diese das Licht der Sterne nicht gänzlich verschlangen. Doch die Schatten breiteten sich immer weiter aus und waren nicht länger aufzuhalten. Kapitel 1 Gewittergebrüll Der Nebel des nächtlichen Traumes hing noch immer in ihren Gedanken fest. Wieder einmal hatte Finja von diesem strahlend schönen Mädchen im silbergrauen Kleid geträumt. Es war auf einem Hügel gestanden und ihr fast schneeweißes Haar hatte in der sternenklaren Nacht gefunkelt, als hätte man eine Prise glitzernden Sternenstaub darauf verteilt. Ihr Antlitz wirkte wie das einer Porzellanpuppe, die zerbrach, wenn man sie berührte. Finjas Herz klopfte aufgeregt bei ihrem Anblick. Es war, als würde sie dieses Mädchen kennen. Doch nie sah sie ihr Gesicht. Sobald sie auf das Mädchen zuging, entfernte es sich weiter von ihr. Nacht für Nacht dasselbe Spiel. Finja quälte der Gedanke, sie niemals erreichen zu können. Warum nur kam dieses Mädchen so oft in ihren Träumen vor? Weshalb wurde sie von ihrem Geist jede Nacht auf ein neues Heim gesucht? Was hatte das für eine Bedeutung oder war es tatsächlich nichts weiter als nur ein Traum? Finja schlug die Augen auf und blickte auf den Sternenhimmel, der ihre Zimmerdecke zierte. Ihr Kopf brummte, als hätte sich dort ein Schwarm von Hummeln breitgemacht. Sie rieb sich die Stirn. Diese Träume verursachten jedes Mal eine erneute Karussellfahrt ihrer Gefühle. Diese endlose Sehnsucht, die sie verspürte, wenn sie das Mädchen sah, und die unverholene Neugier, wissen zu wollen, wer sie war. Entschlossen schob sie die Erinnerung an den Traum beiseite. Der Anblick des gemalten Universums besänftigte ihre aufgewühlten Gefühle und sie kam zur Ruhe, sobald sie die Sterne sah. Sie funkelten an ihrer Decke wie Diamanten. Finja liebte diesen Anblick am Morgen, der ihr das Gefühl gab, sie befände sich in ihrer eigenen kleinen Galaxie. Stundenlang konnte sie diese betrachten, ihren Gedanken nachhängen und sich darin verlieren. Sie streckte sich und unterdrückte ein Gähnen. Am liebsten wäre sie im Bett geblieben. Frühes Aufstehen lag ihr nicht, schon gar nicht an einem Samstag. Aber da in zwei Tagen das neue Schuljahr begann, musste sie in den sauren Apfel beißen. Es standen noch jede Menge Schreibwaren auf ihrer Einkaufsliste, die es zu besorgen galt. Seufzend ergab Finja sich ihrem Schicksal und schlüpfte aus dem Mollig warmen Bett und in ihre Hausschuhe. Sie schlurfte zur Zimmertür. Mit einem leisen Knarzen öffnete sie diese einen Spalt breit. Das gleißende Licht im Flur blendete sie. Für einen kurzen Moment wollte sie die Tür wieder zuschlagen und sich unter ihrer Bettdecke verkriechen. Sie fühlte sich wie ein Vampir bei Tageslicht. Vermutlich würde sie gleich zur Asche zerfallen. Finja schirmte das Licht mit ihrer Hand ab, blinzelte ein paar Mal, bis sie sich schließlich daran gewöhnt hatte. Der Flur war lichtdurchflutet und die dunklen Holzdielen schimmerten in einem warmen Braunton mit orangefarbenen und goldenen Lichtflecken. Aus der Küche hörte sie das Geklapper von Geschirr. Ihre Großtante Annie war wie immer früh auf den Beinen. Dafür beneidete sie Finja ein wenig, aber sie selbst war einfach kein Morgenmensch. Im Schneckentempo machte sie sich auf den Weg. Ein Moment lang blieb sie im Türrahmen der Küche stehen und beobachtete amüsiert das muntere Treifen. Tante Annie war bereits im vollen Gange und rührte einen Teig zusammen. Finja hoffte inständig, dass sie Muffins machte. Ihr lief schon beim Gedanken an das fluffig, süße Gebäck das Wasser im Mund zusammen. Musste so einen Radau am frühen Morgen machen, krummelte Finja und gähnte. Tante Annie drehte sich zu ihr um. Sie sah aus wie das blühende Leben, so als wäre sie goldbraun aus dem Toaster gesprungen. Finja war eher das Marmeladenbrötchen, das mit der bestrichenen Seite auf dem Boden lag und hoffte, niemals aufstehen zu müssen. Guten Morgen, Liebes, flüttete ihre Tante und schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. Finja versuchte es zu erwidern, allerdings fühlte es sich eher so an, als hätte sie in eine Zitrone gebissen und verzog das Gesicht zu einer Kremasse. Nachdem sie keine Lust mehr hatte, wie ein nicht abgeholtes Paket in der Tür zu stehen, setzte sie sich an den gedeckten Tisch. Ein Strauß Wildblumen zierte seine Mitte. Sie konnte den Morgentau auf den Blütenblättern erkennen und war nicht sonderlich erstaunt darüber. Hier springe ich tatsächlich ein kleines Stück und gehe zu einer Szene in der Stadt über. Finja frühstückt mit ihrer Großtante Annie zu Ende und sie geht dann in die Stadt, um Sachen zu besorgen. Der Himmel hatte sich in der kurzen Zeit fast schwarz gefärbt und nicht allzu weit entfernt vernahm sie das Grollen eines herannahenden Gewitters. Finja fröstelte beim Anblick der dunklen Wolken. Dieser war unheilvoll. Als würde sich etwas Bedrohliches der Stadt nähern, wie ein Raubtier, welches sich an seine Beute pirschte und zum Angriff überging. Sie schüttelte sich, um den merkwürdigen Gedanken loszuwerden. Woher kamen diese zur Zeit nur alle? Finja wischte diese Frage ebenfalls beiseite und beschleunigte ihre Schritte, um zu Hause zu sein, bevor das Unwetter richtig begann. Zuvor musste sie jedoch noch den Tee kaufen. Sie schaffte es nicht rechtzeitig zum Laden, bevor sich die Schleusen des Himmels endgültig öffneten und der Regen sich wie ein Eimer Wasser über ihr ergoss. Wie eine Ertrinkende klammerte sie sich am Griff des Regenschirms fest, als wäre dieser ein rettendes Seil. Die Welt war dabei unterzugehen und wurde von den Wassermassen regelrecht überschwemmt. Rinnensaale wurden zu kleinen Bächen und bahnten sich ihren Weg über die Straße zurück in die Kanalisation. Die ersten Blitze zuckten über den schwarz gefärmten Himmel und tauchten ihre Umgebung in ein unheimliches Spiel aus Licht und Schatten. Finja zuckte erschrocken zusammen. Jetzt musste sie sich aber wirklich beeilen. Sie hatte kein Bedürfnis, wie ein Würstchen am Spieß gegrillt zu werden, sobald ein Blitz den Weg zu ihrem Schirm fand. Es war dunkler als in tiefster Nacht. Kein schimmerndes Mondlicht oder tröstendes Funkeln der Sterne, welches ein wenig Helligkeit schenken würde. Nur der Schein der Straßenlaterne und der Schaufenster ließen Finja etwas erkennen. Der Wind riss an ihrer Kleidung und der Schirm gab letztendlich nach wie ein Fähnchen im Wind und stülpte sich um. Finja versuchte, ihn zu retten, doch mit den nassen, klammen Fingern konnte sie ihn nicht wieder in die Ursprungsform bringen. Hastig verstaute sie ihre Einkäufe unter dem Mantel, damit diese nicht nass wurden. Ein Donner, der ihr Innerstes beinahe zum Zerbersten brachte, ließ sie einen Moment innehalten. Die nassen Haare peitschten ihr durchs Gesicht und eine unheilvolle Gänsehaut beschlich sie. Dieses Gewitter fühlte sich merkwürdig an. Gefährlich. Sie zog den Mantel enger um sich und rannte los. Das Wasser auf der Straße spritzte ihr dabei bis zu den Knien, aber nichts würde sie dazu bringen, ihre Schritte zu verlangsamen. Finja hatte das Gefühl, gejagt zu werden. Ihr Blut raste durch den Körper und das Herz klopfte wie ein wilder Trommelschlag gegen ihre Brust. Es galoppierte mit ihren Schritten um die Wette. Ihre Beine versanken bis zu den Waden in dicken Nebelschwaden und eine geisterhafte Stimmung hing in der Luft. Das hier war kein Gewitter mehr. Es war ein Sturm, ein wildes Tier, das man entfesselt hatte und sich nun nicht mehr bändigen ließ. Sie hatte den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, als ein Grollen über sie hinwegjagte, das wie das Gebrüll eines Löwen klang. Instinktiv duckte sie sich und sprintete weiter. Für einen kurzen Moment drängte Finja sich unter ein Vordach, um zu Atem zu kommen. Da bemerkte sie den Schatten in ihrem Augenwinkel. Schnell ruckte ihr Kopf in diese Richtung, jedoch konnte sie niemanden erkennen. Vermutlich war es nur eine Einbildung gewesen. Vielleicht lag es an dem Gewitter und der Stimmung. Wahrscheinlich würde sie gleich an einem Herzkasper zugrunde gehen, wenn sie nicht endlich den Laden erreichte. Vorsichtig trat sie unter dem Vordach hervor. Der Regen rauschte in ihren Ohren, als würde sie unter einem tosenden Wasserfall stehen. Er erdrückte sie regelrecht. Dieses Unwetter machte ihr Angst. Es ähnete nicht annähernd denen, die sie in den letzten 17 Jahren erlebt hatte. Sie hatte Sorge, dass der nächste Blitz sie treffen und in ein Häufchen Asche verwandeln könnte. Verdammt! Konnte es nicht einfach aufhören? Der Gedanke hatte sich noch nicht ganz verflüchtigt, als der Regen über ihr weniger wurde und in einem sanften Tröpfeln versiegte. Verwundert sah sie nach oben. Über ihr hingen schwarze Wolken und um sie herum tobte der Sturm. Sie jedoch stand nicht nur im Trockenen, es war sogar windstill. Finja machte einen Schritt zur Seite. In der Annahme, es wäre etwas ähnliches wie das Auge eines Hurricanes. Doch der Regen blieb aus. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen, aus Angst, die Flut könnte erneut mit voller Wucht über ihr hereinbrechen. Ungläubig sah sie an sich herunter. Räumte sie? Vielleicht war sie beim Rennen in einer Pfütze ausgerutscht und lag nun ohnmächtig am Boden. Sie zwickte sich in den Arm, aber der Schmerz, der darauf folgte, fühlte sich real an. Selbst wenn sie nun ohnmächtig am Boden lag, wie würde sie diese Situation ändern können? Das Unwetter wütete nach wie vor, aber sie wurde weder nass noch riss der Wind mit seinen Fängen an ihr. Sie breitete die Arme aus und wollte die Blase durchbrechen, in der sie sich befand, aber noch immer passierte nichts. Allmählich begann sie an ihrem Verstand zu zweifeln, aber glücklicherweise hatte sie die Straßenecke, an der sich der Teeladen befand, endlich erreicht. Warmes Licht rang aus den Schaufenstern und lud regelrecht ein, dort Zuflucht zu finden. Zielstrebig steuerte sie den kleinen Laden an. Aber plötzlich nahm sie im Augenwinkel eine Bewegung im Hauseingang daneben wahr. Eine dunkle Gestalt löste sich aus den Schatten und trat in die Blase ein, in der sie sich befand. Erschrocken hielt Finja inne. Instinktiv wollte sie die Flucht ergreifen, ihre Beine blieben jedoch wie angewurzelt an Ort und Stelle stehen. Die Gestalt kam auf sie zu, der schwarze Umhang flatterte unheilvoll. Finjas Herz schlug wie die Flügel eines Kolibris. Schön, sie zu treffen, Miss Bale. Kapitel Ende Vielen Dank. Dankeschön. Kapitel Ende. Und wir wissen jetzt nicht, wer diese Gestalt ist. Das ist true. So funktionieren Cliffhanger. So ist das. Ja, vielen lieben Dank, dass wir einen Einblick schon mal in das Buch haben konnten. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, in dem Chat hat es gefallen und die Leute, die das Video dann sehen. Wenn jetzt Leute Lust darauf haben, dein Buch eben zu lesen und wissen wollen, wie es weitergeht, wo kann man deine Bücher denn kaufen? Im Internet. Wo denn am besten? Bei dir? Also aktuell tatsächlich aktuell eher bei der Buchhandlung deines Vertrauensspiels oder auch Amazon Thalia oder sonstigem. Bei mir wird erst demnächst wieder eine Neuauflage eintreffen. Aber das würde ich dann auch entsprechend ankündigen, wenn es wieder bei mir die Bücher gibt. Dann kann man die auch signiert und dergleichen bestellen. Okay. Jetzt hast du gerade über Gewitter gelesen. So Gewitter wäre jetzt richtig schön. Ja, das stimmt. Hier hat es heute schon mal geregnet. Es sind noch ein bisschen graue Wolken draußen, aber nie. Gewitter ist nicht in Sicht bei uns leider. Ich hätte es gerne beschworen mit diesem Text. Nee, aber jetzt mal so unter uns. Bist du jemand, der auch eher liest oder eher zuhört? Bist du Typ Hörbuch oder Typ selber lesen? Ah, schwierig. Oh, die Frage ist schwer. Wenn die Stimme vom Hörbuch gut ist, dann Hörbuch oder Hörspiel sogar. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es gibt ganz tolle Sprecher und Sprecherinnen. Ich habe auch auf Autofahrten zu meiner Arbeit damals immer sehr gerne Hörbücher gehört oder so. Und man kann halt Dinge nebenbei tun. Das ist ganz cool bei Hörbüchern. Also entweder Autofahren oder eben Hausputz machen. Ja, kannst du das? Das ist die Frage. Kannst du hören und gleichzeitig Dinge tun? Ja. Also wenn es halt keine Dinge sind, auf die ich mich konzentrieren muss. Wenn ich jetzt nur irgendwie Staubsauge oder den Abwasch mache oder eben Autofahre. Also ich konzentriere mich beim Autofahren. So ist es nicht. Aber es ist schon eine sehr gewohnte Degigkeit, würde ich behaupten. Und da kann man das schon ganz gut. Ja, krass. Weil ich kann das gar nicht. Ich merke das immer wieder, wenn Leute hier sitzen und vorlesen. Es tut mir immer so leid. Aber ich muss mich so krass darauf konzentrieren, um ein bisschen was mitzubekommen. Ich bin ja wie so ein Eichhörnchen. Wenn ich ein Buch lese, bin ich total in der Welt drin. Aber wenn ich zuhöre, weiß ich nicht. Das ist für mich immer, deswegen tut es mir immer leid, wenn ich da nicht direkt Feedback geben kann oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, das ist doch aber auch nicht schlimm. Ich finde da halt einfach jeder seine eigene Favorit, was er halt gerne mag. Okay, gut. Bist du mir nicht böse dann, ne? Nee, gar nicht. Okay. Alles gut. Jetzt hatte ich ja gerade noch vorher gefragt, welche Bücher du noch geschrieben hast und welche noch so geplant sind. Mhm. Also ich habe momentan nur Gießzoll draußen, also als veröffentlichtes Buch. Alles andere ist nicht mehr vorhanden. Ich habe es gelöscht und weggemacht und entfernt und Spuren verwischt. Meine damalige Autorentätigkeit tatsächlich. Ähm, aber ich schreibe auf Patreon einige Sachen. Ähm, also exklusiv für meine Löwenrudel auf Patreon gibt es dort Geschichten. Einmal das Community-Projekt, da gibt es schon 19 Kapitel zu Ocean Curse. Ähm, das ist so eine Art Mischung aus düsterer Ariel und finde Duri. Ich glaube, ich glaube, das ist das Beste, wie man es beschreiben kann tatsächlich. Und, ähm, dann gibt es auch noch so ein paar andere Sachen. Also so, ähm, Atramento habe ich dort zum Beispiel auch ein paar Kapitel und die Kurzgeschichte. Ähm, Hixan Draconis. Ähm, genau. Das sind so ein paar Geschichten, die man bei mir auf Patreon findet und lesen kann. Oder auch teilweise hören kann, weil ich habe zu manchen auch eine, ähm, Audioaufnahme gemacht. Aber ist denn was geplant, was hier nicht veröffentlicht wird an Büchern? Ja. Ähm, Bistoll 1 bekommt nochmal eine Neuauflage. Mhm. Ähm, und danach ist Bistoll 2 dran, theoretisch, ja. Okay, das ist dann, das ist schon geplant, ja. Ich habe Schreibzeit geplant, ähm, gegen Ende des Jahres. Da habe ich mir, ähm, meine Zeit sozusagen geblockt von meinem selbstständigen Job. Und, ähm, habe dann geplant eben dort auch, äh, viel zu schreiben und Band 2 zu beenden, ne. Und dann sollte hoffentlich auch Band 2 im nächsten Jahr erscheinen, wenn denn alles mal so läuft, wie ich das auch plane. Gut, dann reden wir noch ein bisschen über deine, deine Coverdesigns, was du so eben machst. Äh, dazu hast du mir auch Bilder geschickt, die könnte ich, äh, einblenden. Gerade hast du auch Atramento erwähnt, das könnte ich mal eben einblenden. Das ist zum Beispiel auch, äh, die Geschichte, ähm, Atramento, Hüter von Mythen und Legenden. Das ist sozusagen Pokémon trifft Fantasy. Hm. Ähm, und da habe ich auch das Cover dazu gemacht. Eigentlich soll es ein Premium werden. Ich habe mich dann so in das Cover verlief, dass ich es einfach selber behalten habe. Das passiert öfters. Also, wir haben auch den Spruch, keiner snackt meine Cover schneller als ich selbst. Okay, aber wir können ja eben das Cover eingeblendet lassen, kurz drüber reden. Ich kann auch gleich die anderen zeigen, da waren ja noch, äh, genau, Beastals haben wir gerade gesehen, sind noch drei andere dabei. Mhm. Ja, wieso bist du Coverdesignerin geworden? So, was hat dich dazu irgendwie, ja, dazu gebracht, das zu machen? Ich wollte schon sehr, sehr lange Mediengestalterin werden, weil ich einfach Gestaltung, Design, Medien, Kreativität, ähm, sehr liebe. Das heißt, ich habe sehr lange nach diesem Beruf, äh, gesucht. Den gab es nämlich bei mir nicht so. Ich wohne nämlich sehr ländlich, das ist immer schwierig. Ähm, und habe dann auch, äh, nach, ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich tatsächlich auch endlich was gefunden und konnte dann da die Ausbildung auch machen. Und, ähm, als ich dann auch natürlich meine Geschichten und so weiter geschrieben habe, hat es sich automatisch ergeben, dass ich angefangen habe, meine Cover selbst zu machen. Dumme Idee, wenn man es nicht kann. Bin ich ehrlich, gehören alle angezündet, sehen scheiße aus. Ja. Habe ich schon sehr oft in meinen Streams so, ähm, auch mal besprochen und gezeigt. Es gibt Gründe. Also deine damaligen Cover meinst du? Ja, meine damaligen Cover. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das sieht doch ziemlich nice aus. Also vor zehn Jahren, äh, waren die halt eine Katastrophe. Man muss halt sehr viel lernen, üben, ähm, sich mit der Materie auseinandersetzen. Ich habe natürlich durch meine Ausbildung einfach auch ein paar Vorteile, sage ich mal, weil ich einfach mit den Gestaltungsinstrumenten gelernt habe, umzugehen. Sei es mit dem Programm, wie auch mit gewissen Gestaltungs, ähm, Vorgaben oder Regeln, wie man es nennen möchte. Und, ähm, beim Buchcover-Design ist es nochmal eine tatsächlich sehr spezifische Sparte. Ich habe dazu gar nichts gelernt in meiner, in meiner Ausbildung. Ähm, ich habe mir das alles komplett selbst beigebracht, ähm, und habe halt geschaut, so, ja, wie sehen denn eigentlich erfolgreiche Cover aus, was macht die aus, ähm, was für Elemente gibt es, äh, Farbharmonien und so weiter. Und, ähm, ja, das habe ich dann alles immer mehr, äh, geübt und, äh, gemacht. Und jetzt bin ich halt an dem Stand, wo ich bin. Ja, total cool. Also das, was ich, äh, gesehen habe bei dir auch auf der Homepage, sehr, 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 sehr nice. Dankeschön. Deswegen auch die Frage, kann jeder bei dir buchen? Ja, klar. Also es darf jeder bei mir buchen, außer Horror-Autoren. Echt? Ja, weil ich so viel Angst vor der Recherche habe. Ich kann das nicht. Ich traue mich das nicht. Ich bin so ein Schisser, wenn im Fernsehen kommt, dieser Film ist unter 16 Jahren geeignet, sagen, okay, Joe, ich mache mir einen Disney-Film an, weil... Okay, damit hast du auf jeden Fall meine Frage beantwortet, äh, was würdest du ablehnen? An Buchcover. Ja, das sind sehr horrorlastige Sachen. Also Thriller mache ich noch, wenn es jetzt irgendwie, äh, nicht zu krass ist, aber Horrorsachen, die irgendwie sehr eklig sind, oder Zombies drauf sind. Ich hasse Zombies. Ich habe 20 Jahre lang neben einem Friedhof gewohnt. Ich hasse Zombies so sehr. Ich mache mir so Angst. Du hast neben einem Friedhof gewohnt? Hm? Du hast neben einem Friedhof gewohnt? Ja, 20 Jahre lang. Mein Elternhaus stand da, war sehr toll. Die Nachbarn haben sich nie beschwert über irgendeine Lautstärke. Ja. Du warst sehr ruhig, genau. Meistens sehr ruhig da, ja. Ja. Aber könnte ich auch nicht wählen. Ich könnte tatsächlich... Aber ich habe mich nachts nie in den Keller getraut. Ich hatte immer Angst, dass ein Zombie um die Ecke steht. Ja, wir haben auch Freunde, die wohnen neben einem Friedhof. Ähm, es ist okay, wenn ich da bin, zu Besuch bin, aber ich könnte auch nicht schlafen, glaube ich. Ich fände das irgendwie weird, wenn ich irgendwelche Geräusche habe. Als Kind, beziehungsweise Jugendliche war, glaube ich, so zehn oder elf, hatte ich so einen meiner schlimmsten Erlebnisse. Das war Katastrophe. Meine Eltern waren bei meinem Opa auf dem Geburtstag und ich war schon 12, 13 und so rum. Und ich bin nach Hause gegangen, weil ich super müde war. Und der war nur die Straße so 250 Meter weg. Also es war nicht weit. Ich bin alleine heim. Habe ich mein Bett gesetzt. Habe noch ein bisschen, ähm, Kika damals geguckt, glaube ich, mit Bernd das Brot oder so. Und, ähm, wollte dann ins Bett gehen. Und, ähm, bin dann doch nochmal nach vorne gegangen in unseren Hausflur und habe dann den Baseballschläger aus der Abstellkammer holen wollen, weil ich doch sehr Angst hatte alleine. Und dann klopfte es an unsere Haustür. Und ich hatte so eine Angst. Ich dachte, oh mein Gott, meine Eltern haben doch einen Schlüssel. Wer klopft denn hier jetzt? Und warum ist denn das Hoftor überhaupt offen? Wieso ist das nicht so? Wieso steht der denn? Dann habe ich mich ganz klammheimlich im Dunkeln mit unserem Hund und dem Baseballschläger zurück in mein Zimmer geschlichen. Habe die Tür zugemacht. Und dann hat es an meinem Fenster geklopft. Ich so, scheiße, der Zombie weiß, wo ich wohne. Der weiß, wo ich wohne. Ich hatte die übelste Panikattacke und saß richtig verängstigt in meinem Bett. Und fünf Minuten oder zehn Minuten später klopfte es an meiner Zimmertür. Und ich fange einfach lauthals an zu schreien. Und mein Papa macht einfach diese Tür auf und sagt, wieso machst du denn dem Opa nicht auf? Der wollte doch mal nach dir gucken. Und ich so, was? Na gut, gut, dass du davon wusstest. Ja, und ich habe total geweint und saß zitternd mit Baseballschläger und Hund im Bett. Okay. Und so ist es... Ich habe sehr Angst vor Zombies. Ja, und so ist es passiert, dass du hier ab sofort keine Horror... Keine Horror-Kammer. Nee, bin ich raus. Kein Horror-Kram mehr. Nee, bin ich raus. Fände ich aber auch gruselig, ja. Das kann einen schon prägen, sowas. Das kann ich nachvollziehen. Okay. Aber genau, jetzt haben wir gesagt, jeder kann bei dir buchen, außer eben Horror-Thriller, was sonst bitte. Thriller mache ich, Krimis mache ich, habe ich alles auch sogar schon gemacht. Ja. Fantasy, Jugendbücher. Ach so, was ich noch nicht mache, ist Kinderbücher. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund, weil ich finde, Kinderbücher gehören illustriert. So richtig geil, comic-mäßig so illustriert. Ich mache ja sehr viel einfach Fotomanipulation. Mein Zeichnen ist so Level Strichmännle, das kriege ich hin. Zeichenskill. Kenn ich. Aber ja, also Kinderbücher würde ich jetzt auch aus der Hand geben, einfach weil ich weiß, dass es da wesentlich bessere Leute gibt, die eher was Süßes zeichnen können als ich jetzt. Okay, aktuell bist du ja sehr stark ausgelastet. Wie lange muss man denn circa im Voraus planen, wenn man bei dir ein Cover in Auftrag geben möchte? Aktuell lange. Und wie lange dauert es, bis es fertig ist? Also fertig geht. Aktuell ist es so, dass ich erst ab Februar nächsten Jahres eigentlich wieder Kapazitäten frei habe. Bin dieses Jahr komplett ausgebucht. Liegt aber auch daran, dass ich mir den November und Dezember komplett für mich geblockt habe. Also im November, Dezember habe ich gar keine Aufträge angenommen, weil ich da mich komplett dem Schreiben widmen möchte, weil ich unter dem Jahr durch diese ganzen Selbstständigkeit und Cover-Design-Jobs nicht dazu gekommen bin, an meinen Sachen zu schreiben. Und da habe ich gesagt, dann ziehe ich das jetzt im November, Dezember durch. Deswegen bin ich schon da komplett ausgebucht und habe erst ab Mitte Februar wieder frei, also was Zeit anzunehmen. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, also so zwischen eins und vier Wochen dauert es dann, bis das Cover fertig ist. Es kommt ein bisschen auf die Schleifen an. Also ich schicke ja dann den Entwurf raus und wenn aber der Autor oder die Autorin mir erst fünf Tage später antwortet auf den Entwurf, kann ich auch erst da weiterarbeiten, weshalb das manchmal auch dann länger dauern kann. Also es ist nicht nur von mir abhängig, sage ich mal. Es kommt auch ein bisschen auf den Alltag von der Person an, die mich da beauftragt. Ja, aber so ungefähr dauert es halt jetzt erstmal bis Februar, bis man überhaupt wieder bei dir buchen kann. Genau, ja. Aber man kann jetzt nicht schon mal sich auf die Liste schreiben lassen, das auf jeden Fall. Das kann man machen, ja. Ich habe auch schon, also wie gesagt, 2023 ist glaube ich schon so zu 50 Prozent ausgebucht und 2024 schon zu 40 Prozent. Wow, okay. Das heißt, wenn ich jetzt den Nächsten natürlich meinen Bourbon-Roman veröffentliche, dann melde ich mich rechtzeitig bei dir. Ja, wäre gut. Wäre tatsächlich gut, ja. Ja genau, wir gucken nochmal eben kurz drauf. Jetzt hatte ich gerade mal kurz, während du noch gesprochen hattest. Verschiedene Dinge eingeblendet. Genau. Möchtest du was dazu erzählen kurz? Das ist eine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die hat so um die 20 Seiten. Ist ein bisschen düsterer und blutiger. Endet sehr düster. Ja. Aber ja, es ist trotzdem auch sehr fantasy-lasting. Es geht um Drachen, wie man sich vorstellen kann. Ja. Da ist eine Drache drauf. Und Blut. Das ist das Gruseligste, was ich gestalte, gefühlt. Also, wenn jemand ein gruseliges Cover will, ist entweder Blut oder ein Totenkopf drauf, haben wir festgestellt. Gruseliger wird's nicht. Und ja, diese Kurzgeschichte kann man auch komplett auf meinem Patreon zum Beispiel lesen, ja. Okay. Aber in erster Linie geht's ja um die Cover, weil wir gerade im Cover-Thema sind. Ja. Ja. Hast du Fragen dazu? Ja, auf jeden Fall. Nämlich generell einfach, wieso der Prozess ... Das sollte auch ein Pre-Mate werden. Also, das Legacy of the Moon Reaper sollte ein Pre-Mate werden. Und dann hab ich aber gesagt, nö, behalte ich selbst. Ich hab dafür sogar schon ein passendes Plot-Bunny von 2008. Ähm, da geht's um Theo, den Tod. Der hat keinen Bock mehr auf seinen Job. Sucht sich einen Nachfolger. Ja. Und, äh, diese Geschichte, äh, hat jetzt das Cover bekommen, weil ich das so schön fand. Und sehr passend. Super schön, das Cover. Jetzt hast du nur gerade meine Frage unterbrochen. I'm sorry. Hast gefragt, du hast gefragt, ob ich eine Frage habe, wollte meine Frage stellen. Du hast mich unterbrochen. Da kam das Cover gerade, I'm sorry. Jetzt bin ich beleidigt. Interview abgebrochen. Oh, no! Ähm, genau. Was ich fragen wollte, ist, wie läuft denn generell so der Prozess eben ab? Von der Idee zum fertigen Cover. Was sind denn so die Hauptschritte? Also, da kommt jemand zu dir hin und sagt, ey, hör mal, äh, Lia, ich hätte gerne das und das. Das stelle ich mir ungefähr vor. Dann machst du, oder wie? Nee, nicht so. Ja und nein. Dann sagst du nö. Äh, nee, ja und nein tatsächlich. Also, die Leute schreiben mich an und manche haben tatsächlich so gar keine Idee, was sie möchten. Das ist immer sehr großartig. Ähm, weil ich dann einfach auch ein bisschen beratend helfen kann, was sie denn möchten. Das ist immer, das ist immer sehr cool. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass ich selber keine Idee habe. Aber das ist ja selten. Nein, also der erste Pitch ist immer recht amüsant tatsächlich. Also manchmal sage ich so, also ich hatte schon so Sachen, äh, wie, ähm, ja, nicht zu düster und nicht zu hell. Irgendwie schön, aber doch unheimlich. Ja, ist doch cool. Ich dachte mir so, ja weiß ich ja jetzt auch nicht, ne? Aber die Autorin war übelst glücklich dann mit dem, äh, mit dem fertigen Endergebnis. Äh, das war tatsächlich Lisa. Da hast du das Cover. Kinder des Ozeans. Die Lisa, Wölfchen Rayu. Hi. Mhm. Danke für dein Follow. Mhm. Ein Follow kam gerade von ihr, als ich es erwähnt habe. Oh mein Gott, ich habe sie beschworen. Du hast sie beschworen, ja. Das war so gut mit Lisa, einfach so. Sie wusste selber nicht mehr genau, was sie mir gepitcht hatte. Und als ich sie, als sie das gesagt hatte, war so, also die kann schon irgendwie zaubern. Ich wusste selber nicht, was ich wollte. Das war so geil. Okay, aber um das mal kurz zusammenzufassen. Es ist besser, wenn man an dich mit einer konkreten Idee herantritt, oder ist das egal? Auch nicht. Nee, es ist tatsächlich egal. Das passiert einfach im Gespräch. Im Austausch. Dann ist es tatsächlich so, dass ich einfach Schlagworte bekomme und den Pitch. Ja. Und anhand der Schlagworte gestalte ich was. Ich habe auch schon mal direkte Vorschläge bekommen, wie die Kunden das möchten. Ja. Und habe zu denen gesagt, nee, mache ich nicht. Okay. Weil ich gesagt habe, es passt nicht zu deiner Zielgruppe, wir brauchen was anderes. Und dann habe ich die in dem Sinne dann auch beraten, was besser passen würde und was man machen könnte. Und habe was komplett anderes kreiert, als sie sich eigentlich vorgestellt haben. Aber das gehört einfach zu meiner Erfahrung, das gehört zu meinem Job dazu. Dafür bin ich ja auch da, dafür bin ich ja auch irgendwo der Profi, weil ich ja auch Marktanalysen tatsächlich betreibe. Also ich gucke mir an, was läuft auf dem Markt, was wird gerade neu veröffentlicht, was ist gerade im Trend, welche Farben, welche Kompositionen, welche Schriftarten und so. Da gucke ich sehr intensiv. Okay, welche Farben sind gerade im Trend? Aktuell zum Beispiel bei New Adult Romanen immer noch Pastellfarben. Pastell mit Glitzer und dicker Schrift. Glitzer ist ja immer, hast du ja selber gesagt, Glitzer passt immer, ne? Ja, Glitzer geht immer, das ist schön. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Kategorie bei uns schon einfach lüchsig heißt, weil das ist nämlich so der Verlag Lüchs, der da sehr, ja, das Pferd ganz vorne drin ist im Stall, sag ich mal, die da immer so im Rennen hier, ne, die das so machen. Und ja, jetzt ist mein anderes Licht ausgegangen. Ja, du bist dunkel geworden. Jetzt bist du wieder hell. Besser. Ja, ja. Okay. Genau. Gut, das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendwann mal ein Bourbon Cover. Auch wenn ich nie ein Buch veröffentlichen werde, aber ich stelle mir das gerade lustig vor, dir einfach eine Idee zu geben und was ich haben will. Und was dann am Ende dabei rauskommt. Ich muss mit dem Chat mal ein Donation-Goal oder so vereinbaren und dann gucken, was dabei rauskommt. Sehr gut. Ja, aber die Cover erstellst du dann auch nur analog oder eben auch digital? Äh, andersrum, nur digital oder eben auch analog? Weil, äh... Nur digital. Okay, genau. Du machst nichts, du zeichnest nichts vor irgendwie in dem Sinne... Nee. Ähm, ich hab mal, ich hab mal was vorgezeichnet. Warte mal, wann find ich das? Ähm, ich hab Sarah. Sarah und ich liebe, liebe unseren Austausch immer sehr. Ähm, ich hab, wir haben uns gegenseitig mal so richtig, richtig gute, hochqualitative Scribbles geschickt. Ich kann das bestimmt mal kurz, ähm, reinhalten in die Kamera. Ähm, Moment, ich muss gerade mal gucken, dass man da sonst nix sieht. Datenschutz und so, ne? Ähm... Zeig alles her. Adresse, Nummer, Kontonummer. Nee, 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 das machen wir nicht so. Das ist so ein Scribble, was für uns zum Beispiel, sieht man das jetzt? Ja. Ja, so sehen richtig gute Bucscribbles aus. Tja, das ist ja schon mal, man erkennt, äh, den Buchtitel. Und, ähm, das war das, glaub ich, von Sarah. Und meins war tatsächlich nicht. Meins war... Das war mein Scribble-Malt für was, was sie gebraucht hat. Wir haben das Haus vom Nikolaus hingemacht. Sehr gut geworden, 1a. Also ich denke, man kann erkennen, dass das vielleicht Blätter sein sollen, weil sonst wird's schon schwierig, aber wir wussten, was wir meinen. Also... Kannst du nicht mehr als Gag tatsächlich so ein Cover einfach, äh, dem Kunden... Kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht, nee. Ähm, fällt mir total schwer, schlechte Cover zu machen. Okay. Kann, ich krieg das nicht übers Designer-Herz. Also, geht nicht. Eins haben wir noch nicht gezeigt, Ocean Curse. Das ist tatsächlich das Community-Projekt, ja. Das ist das düstere Ariel mit Finde Duri. Ja, man, man erkennt's, äh, aber allein vom Cover schon, worum's gehen sollte, ne? Ein bisschen vielleicht, ein bisschen vielleicht, genau. Ja, man sieht zumindest, dass es um mehr geht. Ja. Dass es, äh, recht böse irgendwie was ist, was Böseres wegen den dunklen Farben. Ja. Und Seepferdchen. Ich mach's. Ja, und ein Seepferdchen, das ist ein wichtiges, wichtiges Schlüsselpferdchen. Siehste? Deswegen, also ist dir das, äh, wichtig, dass man auch direkt an dem Cover erkennt, worum's geht? Äh, ja und nein. Das kommt ein bisschen immer drauf an, was es, äh, repräsentieren soll. Also soll's tatsächlich so einen, so einen Gegenstand zeigen, der zum Beispiel in dem Buch ganz wichtig ist, oder in der Geschichte? Oder soll's eher nur die Atmosphäre übermitteln, ähm, in der die Geschichte, äh, handelt und die davon getragen wird? Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Was einfach besser auch umsetzbar ist. Ich sag mal, es ist ja auch nicht alles umsetzbar. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen, äh, Kundenwunsch. Ähm, die wollten, äh, eine komplette Fantasy-Serie mit so verschiedenen Drachen machen. Da hab ich auch gesagt, ja, wenn ihr jemanden beauftragen lasst, der irgendwie, ähm, Drachen für euch illustriert, gerne. Aber ansonsten kann ich die echt schlecht am See irgendwie rumfotografieren in verschiedenen Posen, um daraus so eine richtig eklatante große Reihe zu machen. Da müssen wir damit leben, was es so halt auf, auf Stock, äh, Datenbanken gibt, wie Shutterstock zum Beispiel. Und da ist die Auswahl sehr beschränkt. Mhm. Okay, verstehe. Leider. Die Fabelwesen sind nicht mehr ganz so lebendig unterwegs, nee. Oh, die armen. Die armen Fabelwesen. Ja, ein bisschen sad. Reden wir noch ein bisschen über deine Selbstständigkeit. Mhm, da muss ich gerne. Vorher gleich ins Speed-Dating gehen. Ähm, beziehungsweise wir reden ja generell die ganze Zeit schon darüber. Aber nochmal so ein bisschen ins Detail, weil auf deiner Homepage fand ich das sehr lustig, dass es eben die Ansicht gibt, dass du, ähm, ein One-Person-Team bist. Ja, die Ansicht. Die Ansicht finde ich super. Du bist ja Autorin, steht da, Social-Media-Managerin, Art-Directorin, CEO, Meisterin der Bürokratie und, 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 was du noch alles bist. Ja. Ja. Das, äh, damit bist du quasi selbstständig. Mhm. Was, was war dein Hauptgrund, in die Selbstständigkeit zu gehen? Die Kündigung. Du wurdest, du wurdest gekündigt? Ja, tatsächlich. Oder du hast gekündigt? Aufgrund von Corona. Okay, du wurdest aufgrund von Corona gekündigt und hast dann gedacht, äh, okay, dann nutze ich die Zeit, weil jetzt ist eh Corona, ne? Ich bin zu Hause. Nicht ganz so, nee, nicht ganz so tatsächlich. Also, es war, es war alles ein bisschen komplizierter. Ich habe den Job, äh, gewechselt aufgrund mangelnder Wertschätzung. Ja. Ähm, und habe den im Februar gewechselt. Also, ich habe im Februar den einen gekündigt und den anderen zugesagt. So, Ende Februar 2020. Ja. Mitte März 2020 kam dann die Pandemie. Richtig gutes Timing. Und am 1. April, ähm, hätte ich dann die neue Stelle antreten sollen. Ich wurde dann aber direkt in die Kurzarbeit geschickt. Mhm. Und, ähm, habe so ein paar Sachen von zu Hause aus machen dürfen. So kleine Homeoffice-Aufgaben. Hatte aber nicht so viel zu tun. Das heißt, ich hätte entweder Däumchen drehen können, aber das ist nicht so ganz mein Ding. Also habe ich ganz viel gearbeitet. Ähm, und zwar habe ich ganz viel Coverdesign gemacht. Ich habe angefangen ja mit dem Stream. Da habe ich Premates gemacht. Und, ähm, habe halt auch, ähm, erstmal ganz, ganz viele Premates tatsächlich gestaltet und gemacht und die gepostet. Und dann habe ich auch nach und nach die Aufträge dazu bekommen. Da hatte ich richtig viel zu tun. Ähm, und dann kam es, dass ich im Juni wieder mit der Arbeit anfangen konnte bei meiner neuen Agentur. Ähm, und dann war ich da vier Wochen und dann nach vier Wochen hat er gemeint, ja, bei ihm ist jetzt noch ein großer Kunde abgesprungen und der kann sich jetzt mich nicht mehr leisten. Mhm. Und die, die halt als erstes kommen, die dürfen halt als erstes gehen. Man kennt es leider in der, in der Rangfolge so ein bisschen. Das ist halt, also, es war, äh, nicht wegen meiner Kompetenzen. Er hätte mich sehr gerne behalten. Ich wurde ja auch direkt als Art Directorin angestellt, was ja sowieso eine höhere, äh, Rangordnung ist als nur Mediengestalterin. Mhm. Weil ich eben die Qualifikation dafür hatte. Aber, ähm, es ging aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht, weil halt alles einfach den Bach runter erstmal gegangen ist, weil ja auch keiner wusste, wohin, ähm, wann noch, weiß man noch so, also, ne, wie alles so wird. Mhm. Bisschen unsicher alles gewesen. So, dann wurde ich halt gekündigt, habe ich erstmal bestimmt zwei Stunden geweint nach der Kündigung, von der Erstkündigung. Oh nein. Ähm, war ich sehr, war ich sehr traurig, weil ich war sehr happy mit dem Job. Ähm, und dann habe ich erstmal zwei Stunden geweint. Und danach, als mein Freund mit mir und so geredet hat auch, ähm, war dann die Option, entweder ich melde mich arbeitslos und suche einen neuen Job, was sehr schwierig ist, wie gesagt, in meiner ländlichen Umgebung, in dieser Branche, was zu finden. Oder aber ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich ja jetzt gerade in den letzten vier Monaten sehr viel dafür getan habe, im Grunde. Eigentlich war mein Plan ein Fünf-Jahres-Plan gewesen, aber das ist, das ist nicht dazu gekommen. Ich hatte dann fünf Wochen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich, zwei Stunden, nachdem ich geweint habe, meinen Steuerberater angerufen. Das erste Telefon nach, nach der Kündigung, jetzt mal beim Steuerberater. Und habe mit ihm geredet und gesagt, ja, wie wäre denn das, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, was muss ich denn alles beachten, dies, das, Ananas. Und dann habe ich danach meine Eltern angerufen und habe gesagt, ja, Leute, ich wurde gekündigt, aber kein Problem, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja, Plan B. Das war sehr gut. Meine Eltern haben es sehr gefeiert. Ähm, die wissen, dass ich das rocke, also die standen da auch komplett hinter mir, war ich sehr dankbar für. Mhm. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich, ähm, tatsächlich innerhalb von fünf Wochen, ich habe dann noch die eine Woche vom Juli gehabt und noch vier Wochen, ähm, vom August. Und in der Zeit habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht und alles arrangiert. Okay, wahrscheinlich musstest du dich, äh, auch dementsprechend umstellen, neue Dinge lernen wieder. Ähm, Motivation. Du bist ja, wenn du selbstständig bist, eben für dich selbst verantwortlich, eben auch für das, was du tust, wie viel du arbeitest und, äh, im Endeffekt auch, was du verdienst und wie du damit über die Runden kommst. Genau, Motivation ist die Miete. Ja, wollte ich gerade sagen, ist, ja, aber fällt es dir generell leicht, dich eben zu motivieren, weil du arbeitest ja auch von zu Hause aus, gehe ich von aus. Ähm, ja. Aus diesem Zimmerchen hier. Ja. Sechs Quadratmeter Zimmerchen, mein Arbeitszimmer. Fällt es dir eben leicht oder fällt es dir nicht leicht? Und wenn ja, was hilft dir dabei? Tatsächlich fällt es mir leicht. Ich liebe es, was ich tue. Es ist super anstrengend. Ich hasse es manchmal, aber ich liebe es größtenteils. Also eine Hassliebe, okay, gut. Ja, ja, nicht ganz. Du hast gesagt, du hast es und du liebst es, also. Ja, also ein zwei Prozent Hass und acht, neun Prozent Liebe. Okay. Mindestens. Eine sehr liebevolle Hassliebe, ja, okay. Genau, und nein, ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Ich glaube, mir hätte auch so nichts Besseres passieren können. Das ist super anstrengend manchmal. Es ist zum Haare raufen. Ich habe manchmal 18 Stundentage und kein Leben mehr. Ich habe schon Wochenenden durchgearbeitet, Feiertage durchgearbeitet, Nächte durchgearbeitet. Ich habe schon alles durchgeführt. Freizeit war sehr reduziert und alles. Also man muss schon auf einiges auch verzichten. Aber ich denke, dass ich so langsam wieder eine einigermaßen, also zweieinhalb Jahre eine Work-Life-Balance einigermaßen zumindest besitze. Ein bisschen wieder. Und ich liebe es einfach sehr und mich motiviert es einfach, dass ich Kunden so tolle Cover zaubern darf, worüber sie sich dann unendlich freuen und sagen, oh mein Gott, ich bin so begeistert, was du gemacht hast und was du da für mich gezaubert hast und einfach nur glücklich. Und das ist einfach schön, mit denen ihre Bücher zu veröffentlichen, sie dabei zu unterstützen, ein Teil davon sein zu dürfen. Das ist ganz geil, einfach so tolle Leute dadurch kennenzulernen. Einfach toll. Das ist einfach das, was ich immer machen wollte. Das heißt, das ist das, was du immer machen wolltest. Du bist motiviert auf jeden Fall dabei. Hört man raus. Was hast du gerade gesagt? Work-Life-Balance musstest du erst mal lernen. Bist du an dem Punkt, wo es dir gut gelingt? Weil, wie gesagt, das, was ich gerade vorgelesen habe, was du tatsächlich alles machst und dann hast du selber gesagt, du hast auch mal Wochenenden gearbeitet, Feiertage gearbeitet, mal 18 Stunden am Tag gearbeitet. Bleibt da Zeit für dich? Hast du das gelernt, dir Zeit zu nehmen oder fällt es dir noch schwer? Es fällt mir noch schwer. Ja, bin ich ehrlich. Es ist eine super schwere Sache, meines Erachtens. Also vor allem für mich, weil ich sowieso ein kleiner Workaholic bin und mich schnell in Sachen auch verliere oder vergesse, dass es eigentlich meine Arbeit ist, weil es sich manchmal schon noch ein bisschen mehr wie Hobby anfühlt. Also gerade so das Thema Schreiben, aber das gehört halt auch tatsächlich einfach zu meiner Arbeit oder auch Streaming. Es gehört im Grunde auch zu meiner Selbstständigkeit und ist nicht nur so Hobby. Und das ist manchmal schwer, die Grenze zu ziehen, eine Differenz zu ziehen. Und Work-Life-Balance ist richtig, richtig schwierig. Ich habe nämlich einen blöden Fehler gemacht. Also ich hatte eine gute Work-Life-Balance bis April. Von Januar bis April habe ich es geschafft gehabt. Es war gut, war spaßig. Ich hatte Feierabend, ich hatte Wochenende, ich hatte Freizeit. Klingt gut. Richtig krass. Und dann kam ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich überbucht. Ich habe zu viel angenommen und habe das nicht ganz gesehen gehabt. Und dann habe ich drei Monate lang durchgearbeitet und nur 18 Stunden Tage war es schon gehabt und richtig gewuppt, weil ich unbedingt meinen Sommerurlaub haben wollte. Also ich hatte nämlich seit zweieinhalb Jahren das erste Mal dieses Jahr zwei Wochen Sommerurlaub. Also auch das. Auch mein Urlaub war sehr wenig insgesamt. Und jetzt, glaube ich, bin ich langsam wieder so, dass ich sagen kann, ich glaube, mein Work-Life-Balance kommt zurück. Also das war jetzt nur so eine missliche Lage für drei Monate. Okay, das heißt, du bist trotzdem noch für dich selber auch noch da. Ja, manchmal. Das ist ja schon wichtig. Also ich hatte jetzt verschiedene Gäste eben gehabt aus verschiedenen Bereichen. Und gerade die Leute, die eben selbstständig sind, sind halt auch immer in dem Sprechen auch Burnout gefährdet. Ich weiß nicht, wie es eben bei dir ist. Ja, ich bin schon zweimal dran vorbeigeschrubbt. Aber sehr knapp. Okay, knapp vorbeigeschrubbt. Das heißt, du bist auf jeden Fall gefährdet eben. Also ich glaube, einmal war ich noch mehr drin. Das war letztes Jahr im Herbst, das war ganz schlimm. Da hatte ich, glaube ich, schon echt mit dem Burnout zu kämpfen. Das war nicht gut und das habe ich auch sehr gemerkt. Und diesmal habe ich es vorher gemerkt, also bevor das Burnout im Grunde kam, habe ich schon gemerkt, uh, uh, rufbar so jetzt und so. Und ich versuche dann schon auf mich zu achten und mache dann auch Extrem-Couching zum Beispiel, wo ich dann zwei Tage gar nichts tue außer Atmen. Ja, aber ist gut. Aber das ist auch, also diese so zwei Extreme ist auch nicht gut. Also es sollte schon eine Balance haben. Und das ist das, woran ich noch aktuell arbeite und was ich jedem empfehlen kann. Dass man sich auch Zeit für sich nimmt, für seine Freunde, für seine Freizeit, für seine Hobbys zum Beispiel auch. Das finde ich unglaublich wichtig. Und das geht nämlich super, super schnell vergessen und verloren bei Dingen, mit denen man sich selbstständig gemacht hat, die man liebt. Das ist ganz gefährliches Pflaster auf der einen Seite auch, weil man übersieht, wie viel Arbeit das ist und wie ausgelaugt man danach auch sein kann. Auch wenn es im ersten Moment super viel Spaß macht und man so voll so, boah, ja geil. Ich habe auch zu meinem Freund gesagt, ja, im Urlaub will ich dann schreiben und ich will dies machen und vielleicht mache ich noch ein neues Stream-Overlay und ich könnte mal meine Social-Media-Kanäle vorbereiten. Er ist so, hättest du nicht Urlaub machen? Ich so, ja, ist es, ah nee, ist es nett, wenn ich das mache, du hast recht. Ja, aber sehr gut, dass du jemanden hast, eben, der da mit drauf achtet, weil, wie du auch sagtest, Hobby und Beruf, wenn das Hobby vor allen Dingen so krass leidenschaftlich ist, wie es bei dir dann eben ist, die Grenzen verschwimmen halt eben sehr stark. Extrem, ja. Ja, und deswegen hoffe ich, also ich drücke dir die Daumen eben, dass du halt für dich ziemlich, schon ziemlich schnell eben den perfekten, ja, den perfekten Rhythmus für dich findest, was dir gut tut. Und, ja, nimm dir die Zeit und fühl zwischendurch tatsächlich einfach mal in dich rein und frag dich, ob du gerade glücklich bist, ob du entspannt bist und, ja, ob du dir das auch die nächsten Monate noch so vorstellen kannst, wie du dir jetzt gerade eben dann arbeitest. Das ist wichtig, immer wieder reflektieren zwischendurch. Was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel, was ich auch am Anfang vermutlich auch ein bisschen falsch gemacht habe, ist einfach, man muss keine Angst haben, Pausen zu machen. Genau. Also, man muss nicht die ganze Zeit durcharbeiten, um was zu erreichen. Das funktioniert auch mit Pausen, die sollte man sich wirklich nehmen. Man sollte immer versuchen, die von Anfang an zu etablieren und nicht zu sagen, ja, ich arbeite jetzt sechs Monate durch, weil das muss ich, um selbstständig zu sein und danach fange ich an, Pausen zu machen. Nee, versucht es gleich von Anfang an mit Pausen tatsächlich. Versucht euch, ein Wochenende zu geben, versucht euch, feste Arbeitszeiten zu nehmen und vor allem, lasst euch nicht von der gesellschaftlichen Struktur beirren. Das war mein großer Fehler. Ich habe am Anfang gedacht, ich muss um acht Uhr aufstehen und um halb neun am PC sitzen, damit ich um 17 Uhr zum Beispiel Feierabend machen kann. Weil die Gesellschaft so nine to five Jobs so ein bisschen, ja, so ein bisschen so. Und lasst euch davon nicht beirren, jeder Mensch hat einen anderen biologischen Rhythmus. Und mein Rhythmus ist zum Beispiel so, dass ich tatsächlich eher bis um neun oder zehn sogar schlafe, gegen halb zehn, zehn dann vielleicht gegen so rum an den PC gehe, meine Mails checke und so weiter. Dafür arbeite ich zum Beispiel bis 19 Uhr. Oder wenn ich dann mal wirklich im Sommer ein, zwei Stunden mittags mir freinehme, weil ich mit dem Hund länger spazieren gehe, dann arbeite ich von 22 bis 0 Uhr. Das ist mir egal, aber ich bin voll die Nachteule einfach. Und diesen erzwungenen Rhythmus mit dem frühmorgendlichen Aufstehen und alles, das war eine Katastrophe die ersten zwei Wochen. Da bin ich um acht Uhr aufgestanden, hab mich vor dem PC gesetzt und zwei Stunden so hingestört, wie so ein seelenloser Zombie einfach. Und hab YouTube geguckt, zwei Stunden lang. Und dann hat mein Hirn erst angefangen zu arbeiten. Und dann haben mir diese zwei Stunden nix gebracht. Ja. Außer Schlafmangel. Aber ist eben gut, das sind halt Erfahrungen, die musst du halt machen, da ist jeder anders. Und für dich eben das Wichtigste, das, ja, für dich rauszuziehen, wo du mit optimal klarkommst. Und ich finde, das waren auch schöne abschließende Worte eigentlich zu dem Thema gerade von dir. Mhm. Es sei denn, du möchtest noch was dranhängen, was du den Leuten mitgeben möchtest. Nö, wenn jemand dazu Fragen hat, kann er dir dann, denke ich, in Phase vier stellen. Okay, gut, weil dann würde ich nämlich sagen, bevor wir ins Speedhacking gehen, du hast gesagt, du hast auch noch für die Leute, die bei dir im Chat sind und dich länger verfolgen, auch noch eine kleine Überraschung. Ah, ja, soll ich das jetzt schon leaken? Ja, möchtest du es? Ich dachte, wir machen das nach dem Speeddating. Möchtest du es lieber nach dem Speeddating bekannt geben? Da wäre die Fragerunde dann ja auch offen, oder? Ich weiß nicht. Ja, können wir machen, okay. Alles gut, dann machen wir das so. Okay. Klar, aber dann machen wir das lieber so. Du bist Gast. Der Gast ist König hier, oder König. Okay, das ist aber nett. Okay, dann kommt jetzt das Speeddating. Oh Gott. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt eben die YouTube-Ansage und dann starten wir direkt. Hm? Moment. So. So, ihr Lieben, wir sind hier bei Auf einen Bourbon. Bei mir zu Gast ist die liebe Juliana Fabula. Und wir starten jetzt direkt los mit dem Speeddating. Ich stelle dir ganz viele Fragen und du antwortest einfach so spontan und intuitiv wie möglich. Fühlst du dich bereit? Hm. Jein. Gut, wir starten. Magst du Bourbon? Jein. Ich mag Whisky, aber Bourbon nicht. Wie gefällt dir unser Interview? Sehr großartig. Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Hm. Emma Watson. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Kreativ, chaotisch, workaholic. Kannst du eigentlich gut singen? Nee, aber gerne. Wie würde das Buchcover zu meiner Biografie aussehen? Mit einem Bourbon drauf. Also, weißt du, so bräunlich mit einem Bourbon drauf. Und dann könnte man so richtig coole Bilder in das Bourbonglas machen, das so Schichten ergibt, wo vielleicht Ausschnitte aus deinem Leben enthält. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Technik und Nerdkram. Was ist deine größte Schwäche? Zu viel zu arbeiten. Und nicht Nein sagen zu können. Oder nur schwer muss ich noch lernen. Schwierig für mich. Wer ist dein größter Fan? Meine Eltern. Definitiv meine Eltern. Dein süßestes Kuscheltier? Alle? Ich habe so viele. Da ist eben. Oh, das da. Look at this. Ey, komm raus. E-Dating. Da, look at this. Sie sind so süß. Ich habe ganz viele davon. Gut. Dein Lieblings-Digimon? Oh, das ist schwer. Ah, das ist schwer. Patamon. Ich mache Patamon immer so gerne. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Ja, wie mir das Interview bisher gefällt. Sehr gut. Was hilft dir beim Einschlafen? Musik und Podcasts. Und was hilft dir beim Aufstehen? Wenn der Hund kotzt. Dein Lieblingsbuch? Offline ist es nass, wenn es regnet. Ananas auf Pizza? Ja. Die beste Teesorte ist? Viele. Schwarztee mit Zitrone. Hund oder Katze? Hund. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Ich fliehrufe. Also mein Hund. Mein Baby. Womit kann man dich beeindrucken? Ah. Mit krassen Zeichenskills. Welche drei Dinge würdest du auf Instagram nie zeigen? Mein Büro. Mein Koffer der Schande. Ja, mein Koffer der Schande. Den würde ich definitiv nie zeigen. Und meinen Stuhl im Schreibzimmer mit den Klamotten drauf. Und den Hundehaufen von meinem Hund. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Die Dinge an unserer Wand. Davor ekelst du dich. Schleimige Dinge. Schleimige Dinge. Schleimige Dinge finde ich eklig. Wenn du ein Fantasy-Wesen sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Ich wäre gerne der geflügelte Löwe aus meinem Buch, weil ich den sehr flauschig finde und glitzerig. Er ist schön. Er ist wirklich schön. Mordwaffe mit J. Ein Jagdbogen. Der perfekte Tag beginnt mit? Kaffee. Immer Kaffee. Kaffee. Was bringt dich zum Lachen? Mein Freund. Und was bringt dich zum Weinen? Hm. Vieles. Ich bin sehr emotional. Bücher, Filme. Wenn ich nicht weiß, was mit meinem Hund los ist und ich meine Mama anrufen muss. Ja. Das sind Dinge. Wann schreibst du mal eine Geschichte über Bourbon? Hm. Über das Getränk. Vielleicht. Wenn es ein Barkeeper ist. Ich könnte einen Bourbon-Barkeeper. War der Barbie-Barkeeper namens Bourbon in der geheimen Bar? Da sehe ich mich. Maybe. Vielleicht schreibe ich irgendwann sowas mal. Rosenkohl oder Brokkoli? Beides Grün. Möchte ich nicht. Glückwunsch, du bist Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Ich hätte wirklich kein stabiles Internet zum Streamen. Bewirb doch mal eben kurz und knapp Bourbon Stream. Super sympathischer Streamer hier am Start. Der anderen gerne eine Plattform bietet, um sich mit ihnen wahnsinnig, tolle Gespräche zu führen und damit man auch diese neun Leute intensivst auf alle Art kennenlernen darf. Außerdem kriegt ihr hier ein bisschen Gaming und Coworking definitiv. So gegenseitiges Motivieren bin ich immer dabei. Wer sich noch keinen Platz an der Bar geschnappt hat, sollte jetzt einfach das Herz bestellen. Und in diesem Sinne, man macht es hier nicht rot, aber man macht es irgendwie farbig halt. Und dein Gesicht, wenn der Tee zu heiß war. Gut, dankeschön. Sehr gerne. Du hast es geschafft. Freut mich. Ich hoffe, ich war schnell genug. Ich habe manchmal echt überlegen müssen. Du warst tatsächlich sehr schnell, ja? Ha! Der Eilinger letzte Woche, der war zum Beispiel langsam. Tja, Eili. Bestimmt. Okay. Wir sind jetzt im vierten Part, meine Liebe. Das heißt, du darfst den Chat aufmachen. Kannst gucken, wer so von deinen Leuten da ist. True, ja. Den habe ich so ausgeblendet, dass ich ihn komplett vergessen habe. I'm sorry, Chat. Ich habe euch trotzdem lieb. Hallo, Janneke Hoffmann. Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Ja, Janneke. Hi, hi. Dich habe ich auch noch einen Attentat vor. Sehr gut. Janneke ist großartig. Mit Janneke habe ich mich gleichzeitig selbstständig gemacht. Wir sind hier durch dick und dünn gegangen zusammen. Guck mal. Sehr gut. So, jetzt, also für die, die neu dazugekommen sind, jetzt sind wir im vierten Part des Talks. Deswegen sind drei Gläser ausgetrunken. Und ihr dürft im Chat jetzt eure Fragen, egal zu was, ob das gerade in dem Talk war, aber ihr könnt alle eure Fragen eben zu der lieben Lea stellen, die ihr noch irgendwie habt. Es können, es können Spaßfragen sein, gerne. Es können ernste Fragen sein. Ihr könnt auch gerne einfach nur sagen, wie euch es bisher gefallen hat, wie der Talk für euch war, wie es ankam. Haut raus. Alles Mögliche. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu lesen. Ich sehe viele bekannte Namen und das ist sehr, sehr schön. Ja, viele Autoren eben anwesend. Komisch. Wie das wohl kommt? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Ich sage ja, ich ziehe die irgendwie an. Vielleicht aber auch du. Oh, ich bin ein bisschen Joschmann. Sehr cool. Also, während ihr euch Fragen überlegt, Fragen, die ihr der lieben Lea stellen möchtet, kannst du ja kurz trotzdem jetzt eben in der Zeit erzählen, was deine Ankündigung ist für die Leute eben, die dich schon länger verfolgen? Yes. Das ist ein sehr guter, sehr guter, süße Überbrückungsmoment hier. Ja, auf jeden Fall. Gereignet und so. Ich habe etwas sehr Exklusives, Spannendes anzukündigen, von der bisher nur eine Handvoll Löwis wissen. Ich weiß auch davon. Ja, du weißt auch davon. Das ist korrekt. Löwis und ein Bourbon. Und zwar werde ich zum 1.9. ein Crowdfunding starten, wo ich Beast Soul als Hörbuch verwirklichen möchte und deswegen wird es auch eine kleine Neuauflage zu Beast Soul geben mit ein bisschen angepasstem Cover. Wer aufmerksam war, hat das heute schon gesehen. Ich habe es nämlich dem lieben Bourbon geschickt. Der durfte nämlich schon bereits das etwas angepasste Cover zeigen heute. Ist das mein Stichpunkt? Soll ich das nochmal zeigen? Ach nee, Mann. Muss du nicht. Nee, musst du nicht. Kann ich auch gar nicht. Man hätte es sich ja merken können. Das war schon so gewollt. Okay. Gut. Und ja, ich werde ein Crowdfunding machen und da möchte ich das Hörbuch verwirklichen. Und das Hörbuch wird dann gelesen von dem großartigen Weltbekannten Sven Matthias. Freue mich so drauf. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen Hype, wenn ich ehrlich bin, was das angeht. Sven liest einfach großartig. Ich hätte eher Sven lesen lassen sollen heute. Und ja, da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch und seid gespannt. Ihr werdet noch sicherlich einiges mitbekommen bei mir auf dem Discord, auf Instagram, überall und auch bei mir auf dem Twitch-Kanal sogar. Und da wird es Beast Soul dann bald hoffentlich auch als Hörbuch geben. Hm, Sven Liebe. Yes. Ist ja nicht so, als hätte es mir prophezeit. Sobald der Name fällt, dass die Liebe auch direkt im Chat überall erscheint. Genau, Spoiler Club weiß auch schon Dinge. Ja. Aber wie findet ihr die Nachricht denn? Gefällt euch das? Möchtet ihr überhaupt ein Hörbuch haben? Also mit Sven ist sowieso, ich glaube, das ist egal, was der vorliest. Der könnte auch Einkaufszettel vorlesen. Deswegen ist das schon okay. Ja, ich brauche mal mehr Synchronsprecher hier und Vorleser und alles. Vincent Fellow habe ich gehabt, der macht das auch super. Mhm. Den habe ich schon mal da gehabt. Ja, Resertainment, aber der macht das nicht für Hörbücher. Der ist ja eher so für Gaming und so. Aber der liest auch toll. Für Gaming und so. Trotzdem auch gute Stimme. Ja, definitiv. Also ich beneide immer Leute, die so eine schöne Stimme haben. Und damit auch wirklich gut umgehen können eben. Ja. Das ist immer sehr beeindruckend. Und Sarah so, Frage, warum ist das noch so lange hinten? Sind doch nur noch zwei Wochen. Stress mich nicht. Ich habe nur nicht mal alle Grafiken fertig. Ah. Das ist Struggle of Life. Genau, aber stellt ruhig eure Fragen. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen gestellt in der Zeit? War überfällig. Ich schäme mich sehr. Weißt du? Weißt du? Wie war es? Wofür schämst du dich? Dass du hier reinschaust? Nein, alles gut. Dass sie jetzt erst gefollowed hat, glaube ich. Ach so, nein, Quatsch. Alles gut. Jeder, wie er mag und auch Zeit hat. Das ist auch mal so eine Zeitfrage im Tisch. Aber die Frage ist gut von Yannika. Auf einer Skala von 1 bis Jahr. Wie viel Eboli-Merch besitzt du? Ja. Also ich besitze hier, wie man sehen kann, eine Eboli-Tasse. Die ist auch sehr großartig. Look at this test. So gut. Die ist cool. Die ist der Wahnsinn, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir die Augen so aussteche, wenn ich so trinken würde. Aber das ist auch Quatsch. Deswegen kriege ich eher so oder so. Das geht schon. Und dann habe ich eine Mütze. Die ist auch sehr cute. Look at this. Die habe ich beim Gaming immer an. Wenn ich dann Pokémon zocke. Und dann habe ich mal ein Klöschi noch. So. Und dann habe ich noch ein paar Sachen mehr. Ach ja. Hier vorne ein 3D-gedrucktes Ding. Und hier habe ich noch ein Pokéball aus Glas, wo ein Eboli eingraviert ist. Und dann... Also die Antwort lautet Ja. Ja. Gut. Ich mag Eboli. Okay. Jetzt muss ich dich aber fragen. Was magst du denn lieber? Digimon oder Pokémon? Du musst dich entscheiden. Ich glaube dann Pokémon, weil ich Pokémon halt auch immer noch spiele und... Ne, die Story von Digimon ist eigentlich besser. Die Story von Digimon ist besser, aber ich mag Pokémon einfach, weil es halt auch viel frühere Kindheit für mich bedeutet. Also Digimon habe ich erst später geschaut. Pokémon habe ich einfach früher angefangen zu zocken. Deswegen ist das so sehr schwierig für mich zu entscheiden. Definitiv verständlich. Also bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich bin mit Digimon quasi groß geworden. Pokémon kam erst ganz, ganz spät bei mir. Habe ich nie was am Hut gehabt. Mit 5, 6 haben wir schon angefangen Pokémon zu spielen mit meinem Papa. Und der musste dann immer die ganzen Dialoge vorlesen, weil wir noch nicht lesen konnten. Okay. Also so früh hat das bei mir einfach schon angefangen. Deswegen. Dankeschön, Chris. Dankeschön für deinen Follower. Sub. Das ist das Ding. Für dein Abo. Dankeschön. Ja. Komm. Diabolien. Möchtet ihr denn etwas im Chat? Ich muss euch jetzt mal ein bisschen antreiben. Wenn die Fragen noch nicht so alle kommen, ein paar kommen. Habe ich gerade gelesen. Weltenwechsel zum Beispiel. Ihr könnt auch gerne schreiben, wie euch der Talk bisher gefallen hat. Ja. Sehr gerne. Wie sich die liebe Lia so geschlagen hat. Hier so als Gast hier bei Auf 1 Bourbon. Vor allen Dingen auch gerade im Speeddating. Hättet ihr Fragen anders beantwortet? Auch das. Wo muss ich denn gerade lachen? Ach, bei Instagram. Mit welcher drei Dinge würdest du nie auf Instagram zeigen? Den Hundehaufen finde ich super. Ja, weil ich habe am Anfang sehr oft Hundehaufen an meinen Freund und meine Mama verschickt. Mit der Frage, sieht das für euch normal aus? Aber nur vom Hund, nicht von dir. Nein, nur vom Doku. Okay, dann ist es noch im Rahmen, würde ich sagen. Dann ist es noch nicht bedenklich. War am Anfang eine sehr besorgte Hunde-Helikopter-Mama tatsächlich. Ja. Ich war einfach so das erste eigene Baby sozusagen. Und meine Mama hat auch gesagt, sie fühlt sich so, als hätte sie gerade ein Enkelkind bekommen. Deswegen ist es jetzt auch der Enkelhund. Ich liebe es. Also meine Mama ist großartig. Mein Papa auch. Und ja, deswegen dachte ich so, den Hundehaufen auf Instagram würde ich jetzt nicht unbedingt teilen. Aber mit meiner Familie und meinem Freund schon. Okay, gucken wir mal. Weltenwechsel hatte gefragt. Teaserst du uns ein Crowdfunding-Goodie an, das es geben wird dann? Oder sind die alle noch geheim? Hm, also ich weiß tatsächlich alle schon. Vielleicht teaser ich das Geilste an. Soll ich das Geilste an teasern? Auf jeden Fall. Komm raus jetzt. Also das, was ich am geilsten vielleicht auch finde, möglicherweise. Wir sind hier in der Jubiläumsfolge. Hau raus. Bis auf das Hörbuch natürlich, was natürlich großartig wird und so. Es wird ein flauschiges... Ein Goodie geben. Es wird ein flauschiges Goodie geben. Und alle, die mich jetzt ein bisschen kennengelernt haben, wissen, ich stehe auf Flausch. Ein Evoli. Nee, es hat ja was mit dem Buch zu tun. Ein Buch-Evoli. Es wird ein flauschiges Gehen. Aber mehr verrate ich nicht. Das muss teasermäßig reichen. Okay. Also ihr bekommt etwas Flauschiges. Ein Liar-Voli. Genau, Komma-Falter. Ein Buch-Voli. Ein Buch-Voli und ein Liar-Voli. Beides gut. Liar-Voli klingt ein bisschen wie Ravioli, finde ich. Also ein bisschen umgedreht. Ein bisschen, ja. Du könntest natürlich auch Ravioli verschenken. Ravioli. Ja, einfach so. In Sternchenform vielleicht, ja. Na, du hast Ravioli in Sternchenform. Ravi-Evoli. Ein Löwoli. Löwoli ist auch schön. Oh, ein Löwoli. Oh, das finde ich süß, ja. Aber Evoli hat ja schon sehr ... Oh, jetzt habe ich direkt Ideen. Jetzt könnte man das Evoli ... Oh, hört doch auf damit. Ich brauche einen Isar. Ich brauche einen Isar für Illustrationen. Schreibst du dir direkt die Idee auf. Los, ein Löwoli. Ausschreiben. Ein Löwoli. Sonst vergisst du es. Ist notiert. Na, ist notiert. Wirst du dieses Jahr auf Buchmessen sein? Äh, ja. Ja, wenn ich das mit dem Doku gemanagt bekomme, tatsächlich hatte ich vor, dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, für einen Tag zumindest als Gast, also als Besucherin. Auch einen Tag auf der Gamescom möchte ich eigentlich sein. Der Freitag, wenn alles so läuft, wie ich das jetzt geplant habe, dann der Freitag. Bei der Buchmesse muss ich noch schauen, ob Freitag oder Samstag, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Und ich werde auf der Comic-Con sein, das war jetzt keine Buchmesse, aber ich denke mal, das war ja in Klammern geschrieben, das Buch, also allgemein auch messen. Und da werde ich auf der Comic-Con sein und zwar mit der großartigen Jannika. Ah, okay. Wo ist die Comic-Con? Dortmund? Ist die noch da? Äh, nee. Wenn ich das richtig gesehen habe, in Stuttgart. Wechseln die immer den Standort? Weil ich war irgendwo mal da, da war die in Dortmund auf jeden Fall. Ich meine, die war in Stuttgart, aber Jannika kann mich auch gerne berichtigen. Sie ist ja gerade zum Glück entfällt. Wir sind immer zwei auf jeden Fall. Wir machen Stuttgart. Okay, Stuttgart. Wir machen Stuttgart. Sehr gut, Jannika weiß, wo wir sind. Gut. Ich verliere nämlich immer die Orientierung, habe mich auch schon im Parkhaus verlaufen, alles fancy, ähm, nice. Gut. Gut, wenn wenigstens einer weiß, wo es hingeht. Ja, ist immer von Vorteil. Ja, ich nicht. Also wenn ich mal sage, ich weiß, wo es lang geht, hinterfrag das. Das ist besser. Ich habe mich schon zu oft verlaufen. Okay. Aiden Morgenstern hatte gefragt. Frage, warum ist Lia so toll? Oh, ich weiß nicht. Also das ist, glaube ich, sehr, ähm, sehr subjektiv. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Was? Jetzt hätte ich eine Antwort von dir erwartet. Nee, da fände ich mir nichts ein, ehrlich gesagt. Ich würde ja spontan sagen, weil du so authentisch bist. Oh, das ist lieb. Also, das freut mich. Das ist schön. Das ist auch sehr angenehm bei dir. Da kann man auch einfach nichts anderes als authentisch sein, muss man sagen. Das ist halt, das ist einfach eine gediebene Atmosphäre hier. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Ich lege mal großen und viel Wert darauf, dass die Gäste sich eben wohlfühlen. Das ist ja schön. Sarah hatte noch gefragt. Weißt du schon sicher, wie lange das Crowdfunding laufen wird? Jein. Also ich möchte, dass es sechs Wochen läuft. Aber wenn alle Stricke reißen, darf man sein Crowdfunding nochmal um 30 Tage verlängern. Also im Grunde, wenn ich das zum 1.9. starte, sechs Wochen plus, müsste dann so Mitte Oktober sein, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Ich bin nämlich auch schlecht in Mathe. Ich bin ziemlich viel im Schlechten. In Erdkunden schlecht, in Mathe schlecht, in Englisch bin ich auch schlecht. Aber man vergesst es einfach mit mir. Aber dafür bin ich in anderen Dingen gut. Ich kann gut Dinge organisieren tatsächlich. Aber ja, genau, Mitte Oktober. Und dann könnte man es theoretisch nochmal um 30 Tage verlängern. Und dann wäre es Mitte November. Also so in dem Drehrum wäre die Zeitspanne. Okay. Nächste Frage noch von Sarah. Kann in Beast Soul 3 ein Evoli vorkommen? Ich glaube, dann kriege ich Copyright-Probleme. Aber es werden andere Dinge in Beast Soul vorkommen im dritten Teil. Vor allem viel Tod und Verderung. Kannst du nicht Evoli einfach umdrehen und ein Ilof draus machen? I love. Ey, guck mal, Evoli rückwärts ist I love. Ist das so gewollt? Oh mein Gott, Mindblow. Oha, what the fuck? Ja, wahrscheinlich. Oha, wahrscheinlich. Wahrscheinlich lieben es deswegen alle. Das ist jetzt ein bisschen Mindblow-Effekt. Jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat mich jetzt kurz geschockt. Ich muss es nochmal schreiben. Warte mal, ist doch wirklich richtig, oder? I love. Ja. Ja. Unwahrscheinlich im Organe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben die. Ach ja, stimmt. Guck mal, wir haben das Evoli-Gen. Aber ich finde es trotzdem gut. Das ist das Evoli-Gen. I love. Ein I love. Ja. Geil. Scheuerlich. Sehr gut. Wow. Mindblow. An welchem Ort machst du am liebsten Urlaub? Ich war tatsächlich noch nicht viel verreist bisher. Also nur so innerhalb von Deutschland. Zumindest an das, was ich mich erinnern kann. War jetzt zweimal an der Ostsee. Fand es dort sehr schön. Muss aber gestehen, wir haben das Elbsandsteingebirge sehr, sehr gut gefallen. Ich war im Elbsandsteingebirge und das war sehr schön. Da waren nämlich weniger Menschen. Also ich mache tatsächlich gerne an Orten Urlaub, wo keine Menschen sind. Im Wald waren davon recht wenige. Deswegen fand ich das sehr schön. Am Strand waren mehr Menschen. Ist das generell bei dir so, dass du Menschen, Massen eher so nicht magst? Ja. Und dann gehst du zur Con und alles. Ich frage mich auch, wie das mit der Messe nach der Pandemie wird. Wird lustig. Ich fand es vorher schon nicht so gut. Ich bin nicht so der Convention-Typ, muss ich sagen. Ich tue mich da echt schwer mit, wenn da über so Menschen, Massen rumlaufen. Wie gesagt, ich war einmal auf der Comic-Con in Dortmund. Und ich würde nie wieder hingehen. Nie wieder. Du konntest nichts sehen. Du wurdest von einem Ort nach dem zum anderen einfach nur geschoben. So, das war so, okay. Irgendwie schade. Weiß nicht. Also ich war relativ versiert, sag ich mal, auf Messe gingen. Ich habe das echt gut im Griff gehabt. Ich habe auch jeden geknuddelt, jeden gekannt. Bin darüber geflitzt, als gäbe es kein Morgen mehr und keine Hindernisse vor allem und auch keine Menschen. Ich habe das wirklich gut gemanagt bekommen. Aber jetzt so nach zweieinhalb Jahren Pandemie fast, ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich habe so gefühlt, wenn ich den Eingang von der Messe sehe und da die Menschen stehen, dass ich irgendwie in Ohnmacht falle oder so und denke so, nee, ich bin ein Opusum, ich stelle mich tot, ey. Aber das Gute ist, du bist nicht alleine. Ja, das stimmt. Also wenn du rumfällst, Janika fängt dich auf. Bei der Comic-Con wird es schon besser sein. Ich habe eher Angst vor der Gamescom tatsächlich. Die ist ja ein bisschen früher. Die ist nämlich schon jetzt Ende August und die Comic-Con ist ja Ende November. Außerdem gibt es dann bei der Comic-Con auch einen Tisch zwischen mir und den Menschen, weil Janika und ich möchten dort als Ausstellerinnen hin, damit man dann die Bücher unter anderem auch wie es so in der Neuauflage ergattern kann. Okay, verstehe. Habe ich irgendeine Frage noch überlesen von euch, ihr Lieben? Wenn ihr noch eine Frage habt, dann haut es jetzt noch raus. Also wenn ich irgendwas überlesen habe, schreibt ruhig nochmal. Alles gut. Manchmal, ne? Ihr kennt es, Streamer und Streamerin sind manchmal ein bisschen ein bisschen verpeilt und überlesen Dinge. Das stimmt. Das kommt vor bei so viel Chat-Aktivität, ist das halt auch mal legitim. Das ist erlaubt, finde ich. Manchmal passiert das. Okay, ansonsten, wenn nämlich keine Fragen mehr sind, liebe Lea, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du eben da warst. Trotz deines vollen Terminkalenders. Ja, es war ein guter Zeitpunkt heute. Es war schön. Hat gut gepasst. Okay, das freut mich. Ja. Aber ich finde das immer, was heißt umso wertschätzender, aber ich finde es einfach, ja doch, das ist schon ein Zeichen der Wertschätzung, wenn Leute, die eigentlich wenig Zeit haben, sich die Zeit eben dafür nehmen. Das finde ich schon wertschätzend, doch. Deswegen danke ich dir ganz herzlich dafür. und wünsche dir eben für deine weiteren Projekte alles, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen und wünsche mir für dich, dass deine Work-Life-Balance in einer guten Balance ist irgendwann. Danke schön. Ziemlich schnell. Ja, hoffe ich auch. Pass gut auf dich auf und ich, ja, danke dir. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank für den netten Talk, das tolle Gespräch, die vielen interessanten Fragen fand ich auch und es hat mir super viel Spaß gemacht, heute hier sein zu dürfen. In dem Sinne, Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao.